Dialog 1 Marquardt Hallo, hier ist Susanne. Hi, Susanne. Wie geht's dir? Danke, gut. Ich möchte dich gern zu meinem Geburtstag einladen. Hast du nächste Woche am Samstag Zeit? Ist das der 8. Oktober? Ja, richtig. Ich habe ja am 5. Oktober Geburtstag, aber das ist mitten in der Woche und alle arbeiten. Ja, klar. Ich komme gern. Wann beginnt die Feier? Ab 20 Uhr. Du kannst aber auch etwas später kommen. Ja, ich besuche am Nachmittag meine Eltern in Münster. Ich denke, ich kann so um 9 Uhr da sein. Wunderbar. Bis Samstag. Bis Samstag und danke für die Einladung. Dialog 1 Marquardt Hallo, hier ist Susanne. Hi, Susanne. Wie geht's dir? Danke, gut. Ich möchte dich gern zu meinem Geburtstag einladen. Hast du nächste Woche am Samstag Zeit? Ist das der 8. Oktober? Ja, richtig. Ich habe ja am 5. Oktober Geburtstag, aber das ist mitten in der Woche und alle arbeiten. Ja, klar. Ich komme gern. Wann beginnt die Feier? Ab 20 Uhr. Du kannst aber auch etwas später kommen. Ja, ich besuche am Nachmittag meine Eltern in Münster. Ich denke, ich kann so um 9 Uhr da sein. Wunderbar. Bis Samstag. Bis Samstag und danke für die Einladung. Ja, gerne. Also, das ist nicht meine Geschichte. Das ist die Geschichte von einer Freundin von meiner Schwester. Sie heißt Emma. Und Emma, die hat immer Pech. Also, Emma hat geheiratet und das war mal wieder typisch. Sie haben alles super organisiert. Erst Standesamt, dann ein wunderschönes Restaurant im Wald und abends tanzen. Emma organisiert immer alles ganz genau. Naja, und dann war der Hochzeitstag. Erst war alles gut. Sie waren auf dem Standesamt, Emma hatte ein tolles Kleid, der Mann war auch sehr elegant, der Standesbeamter hat eine schöne Rede gehalten und sie haben Ringe getauscht. Dann sind sie aus dem Standesamt rausgekommen und da waren alle Freunde und Verwandten und haben Reis geworfen. Emma war total glücklich. Ja, und dann hat es ein bisschen geregnet. Also, sie sind zum Restaurant gefahren und es hat immer mehr geregnet. Sie mussten vom Parkplatz zum Restaurant laufen und sind pitscht. Das schöne Kleid. Aber es wurde noch schlimmer. Sie kommen zum Restaurant und da hängt ein Schild, heute geschlossen. Die Tür war zu. Kein Mensch war da. Was war denn da passiert? Wie kann das sein? Keine Ahnung. Ich glaube, im Restaurant haben sie ein falsches Datum notiert. Aber jedenfalls, jedenfalls, was konnten sie machen? Sie sind dann im Regen durch die Stadt gelaufen und haben ein Restaurant für 30 Leute gesucht. Emma hat die ganze Zeit geheult. Und, haben sie etwas gefunden? Ja, sie haben dann eine Pizzeria gefunden. Nicht besonders gut. Aber es war für 30 Personen und die haben auch noch was zum Essen gemacht. Aber tanzen war dann natürlich nicht möglich. Die Stimmung war aber super. Und auch Emma war dann ganz glücklich. Es war aber schon eine ziemliche Katastrophenhochzeit. So viel Pech, die Armen. Aber hat es Glück für die Ehe gebracht? Wie geht es den beiden denn? Anna, erzähl doch mal die Geschichte von der Hochzeit mit Pannen. Ja, gerne. Also, das ist nicht meine Geschichte. Das ist die Geschichte von einer Freundin von meiner Schwester. Sie heißt Emma. Und Emma, die hat immer Pech. Also, Emma hat geheiratet und das war mal wieder typisch. Sie haben alles super organisiert. Erst Standesamt, dann ein wunderschönes Restaurant im Wald und abends tanzen. Emma organisiert immer alles ganz genau. Na ja, und dann war der Hochzeitstag. Erst war alles gut. Sie waren auf dem Standesamt. Emma hatte ein tolles Kleid. Der Mann war auch sehr elegant. Der Standesbeamter hat eine schöne Rede gehalten. Und sie haben Ringe getauscht. Dann sind sie aus dem Standesamt rausgekommen. Und da waren alle Freunde und Verwandten und haben Reis geworfen. Emma war total glücklich. Ja, und dann hat es ein bisschen geregnet. Also, sie sind zum Restaurant gefahren und es hat immer mehr geregnet. Sie mussten vom Parkplatz zum Restaurant laufen und sind pitscht. Das schöne Kleid. Aber es wurde noch schlimmer. Sie kommen zum Restaurant und da hängt ein Schild, heute geschlossen. Die Tür war zu. Kein Mensch war da. Was war denn da passiert? Wie kann das sein? Keine Ahnung. Ich glaube, im Restaurant haben sie ein falsches Datum notiert. Aber jedenfalls, jedenfalls, was konnten sie machen? Sie sind dann im Regen durch die Stadt gelaufen und haben ein Restaurant für 30 Leute gesucht. Emma hat die ganze Zeit geheult. Und, haben sie etwas gefunden? Ja, sie haben dann eine Pizzeria gefunden. Nicht besonders gut. Aber es war für 30 Personen und die haben auch noch was zum Essen gemacht. Aber tanzen war dann natürlich nicht möglich. Die Stimmung war aber super. Und auch Emma war dann ganz glücklich. Es war aber schon eine ziemliche Katastrophenhochzeit. So viel Pech, die Armen. Aber hat es Glück für die Ehe gebracht? Wie geht es den beiden denn? Dialog 3 Alles Liebe zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Alles, alles Gute für dein neues Lebensjahr. Danke. Schön, dass ihr mit mir feiert. Danke für die Einladung. Hast du heute Geburtstag? Ja. Welcher Tag ist denn heute? Der 24. April. 24. April. Oh, ein sehr schönes Datum. Feierst du deinen Geburtstag denn noch mit deiner Familie? Ja, meine Kinder kommen am Wochenende. Das heißt, meine beiden Töchter kommen mit ihren Männern. Mein Sohn kann leider nicht. Er muss arbeiten. Dialog 3 Alles Liebe zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Alles, alles Gute für dein neues Lebensjahr. Danke. Schön, dass ihr mit mir feiert. Danke für die Einladung. Hast du heute Geburtstag? Ja. Welcher Tag ist denn heute? Der 24. April. 24. April. 4. Oh, ein sehr schönes Datum. Feierst du deinen Geburtstag denn noch mit deiner Familie? Ja, meine Kinder kommen am Wochenende. Das heißt, meine beiden Töchter kommen mit ihren Männern. Mein Sohn kann leider nicht. Er muss arbeiten. Dialog 4 Hallo, Doreen. Wie geht es dir? Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Hallo, Ibulia. Ja, stimmt. Schön, dass wir uns mal wieder treffen. Wie geht es dir? Gut. Ich komme gerade von einem Kurs. Ach, arbeitest du wieder als Lehrerin? Ist die Babypause vorbei? Nein, noch nicht. Aber ich will wieder arbeiten. Ich nehme an dem Kurs teil. Ich bin nicht die Lehrerin. Im Moment passt mein Mann auf das Kind auf. Deshalb habe ich jetzt auch etwas Zeit. Hast du Lust auf einen Kaffee? Ja, warum nicht? Dialog 4 Hallo, Doreen. Wie geht es dir? Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Hallo, Ibulia. Ja, stimmt. Schön, dass wir uns mal wieder treffen. Wie geht es dir? Gut. Ich komme gerade von einem Kurs. Ach, arbeitest du wieder als Lehrerin? Ist die Babypause vorbei? Nein, noch nicht. Aber ich will wieder arbeiten. Ich nehme an dem Kurs teil. Ich bin nicht die Lehrerin. Im Moment passt mein Mann auf das Kind auf. Deshalb habe ich jetzt auch etwas Zeit. Hast du Lust auf einen Kaffee? Ja, warum nicht? Dialog 5 So, bitte sehr. Wer hatte den Milchkaffee und den Erdbeerkuchen? Das war für mich bitte. Dann hatten Sie den Cappuccino und die Sachertorte? Ja, das war für mich. Vielen Dank. Also dann erzähl mal, Ibulia. Was für einen Kurs machst du? Ja, ich wollte nach der Babypause wieder arbeiten. Du weißt ja, ich war Informatiklehrerin. Ich habe mich um viele Stellen beworben, aber leider sind meine Computerkenntnisse nicht mehr aktuell. Ich interessiere mich für die neuen Softwareprogramme und jetzt habe ich eine Förderung von der Bundesagentur für Arbeit bekommen und nehme an einer Fortbildung teil. Förderung? Heißt das, dass die Bundesagentur die Fortbildung bezahlt? Ja, genau. Die Fortbildung ist hier beim IB in Münster. Jeden Tag von 9 bis 15 Uhr. Und wie hast du den Kurs beim IB bekommen? Ich war beim Arbeitsberater. Der hat mir geholfen, aber ich musste lange auf den Kurs warten. Und wie ist es bei dir? Arbeitest du immer noch bei Elektro Müller? Ja, aber die Arbeit ist langweilig. Ich muss den ganzen Tag mit Kunden telefonieren. Ich will schon lange eine andere Stelle suchen. So eine Fortbildung möchte ich auch gerne machen. Ja, dann kannst du bestimmt auch eine bessere Stelle bekommen. Du bist doch Buchhalterin von Beruf. Geh doch mal zum Arbeitsberater. Der kann dich über die Möglichkeiten informieren und vielleicht wird es dann auch leichter, dass man deinen Berufsabschluss aus Kenia anerkennt. Ja, das ist eine gute Idee. Das mache ich. Und wie geht es dir sonst? Bist du immer noch mit Martin zusammen? Ja, das bin ich. Nächstes Jahr wollen wir heiraten. Dialog 5 So, bitte sehr. Wer hatte den Milchkaffee und den Erdbeerkuchen? Das war für mich bitte. Dann hatten Sie den Cappuccino und die Sachertorte? Ja, das war für mich. Vielen Dank. Also dann erzähl mal, Ibolia. Was für einen Kurs machst du? Ja, ich wollte nach der Babypause wieder arbeiten. Du weißt ja, ich war Informatiklehrerin. Ich habe mich um viele Stellen beworben, aber leider sind meine Computerkenntnisse nicht mehr aktuell. Ich interessiere mich für die neuen Softwareprogramme und jetzt habe ich eine Förderung von der Bundesagentur für Arbeit bekommen und nehme an einer Fortbildung teil. Förderung? Heißt das, dass die Bundesagentur die Fortbildung bezahlt? Ja, genau. Die Fortbildung ist hier beim IB in Münster. Jeden Tag von 9 bis 15. Und wie hast du den Kurs beim IB bekommen? Ich war beim Arbeitsberater. Der hat mir geholfen, aber ich musste lange auf den Kurs warten. Und wie ist es bei dir? Arbeitest du immer noch bei Elektro Müller? Ja, aber die Arbeit ist langweilig. Ich muss den ganzen Tag mit Kunden telefonieren. Ich will schon lange eine andere Stelle suchen. So eine Fortbildung möchte ich auch gerne machen. Ja, dann kannst du bestimmt auch eine bessere Stelle bekommen. Du bist doch Buchhalterin von Beruf. Geh doch mal zum Arbeitsberater. Der kann dich über die Möglichkeiten informieren und vielleicht wird es dann auch leichter, dass man deinen Berufsabschluss aus Kenia anerkennt. Ja, das ist eine gute Idee. Das mache ich. Und wie geht es dir sonst? Bist du immer noch mit Martin zusammen? Ja, das bin ich. Nächstes Jahr wollen wir heiraten. Dialog 6 Herr Tabith, Sie machen gerade einen Computerkurs. Warum haben Sie den Kurs angefangen? Ich arbeite in meinem Beruf viel mit dem Computer. Natürlich kann ich E-Mails und Texte schreiben. Ich kenne Word, aber andere Programme wie PowerPoint und Excel kenne ich nicht so gut. Ich muss oft zu anderen Firmen fahren und unsere Produkte vorstellen. Und in dem Kurs lerne ich jetzt zum Beispiel, wie ich mit PowerPoint gute Präsentationen machen kann. Dann habe ich bessere Chancen bei meiner Arbeit. Ich habe das auch schon alleine probiert, aber das war kompliziert. Mit dem Kurs ist das viel einfacher und geht schneller. Ich bin natürlich abends oft müde. Aber es sind ja nur acht Termine. Die anderen Teilnehmer sind auch nett und manchmal gehen wir danach noch zusammen in eine Kneipe. Dialog 6 Herr Tabith, Sie machen gerade einen Computerkurs. Warum haben Sie den Kurs angefangen? Ich arbeite in meinem Beruf viel mit dem Computer. Natürlich kann ich E-Mails und Texte schreiben. Ich kenne Word, aber andere Programme wie PowerPoint und Excel kenne ich nicht so gut. Ich muss oft zu anderen Firmen fahren und unsere Produkte vorstellen. Und in dem Kurs lerne ich jetzt zum Beispiel, wie ich mit PowerPoint gute Präsentationen machen kann. Dann habe ich bessere Chancen bei meiner Arbeit. Ich habe das auch schon alleine probiert, aber das war kompliziert. Mit dem Kurs ist das viel einfacher und geht schneller. Ich bin natürlich abends oft müde. Aber es sind ja nur acht Termine. Die anderen Teilnehmer sind auch nett und manchmal gehen wir danach noch zusammen in eine Kneipe. Erste Hilfe-Zentrum Unterrode, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Labacki. Ich interessiere mich für einen Kurs bei Ihnen. Ich will den LKW-Führerschein machen und dafür brauche ich einen Erste-Hilfe-Kurs. Ich habe schon den Führerschein Klasse B, aber in der Fahrschule hat man mir gesagt, dass der Kurs, den ich dafür gemacht habe, nicht genug ist. Ja, das stimmt. Sie brauchen einen Erste-Hilfe-Kurs mit acht Doppelstunden. Acht Doppelstunden? Was heißt das? Der Kurs hat 16 Unterrichtsstunden zu je 45 Minuten. Er findet an zwei Tagen statt. Wann kann ich anfangen? Ich brauche den Kurs sehr schnell, denn ich will auch bald den Führerschein machen. Wissen Sie, ich möchte mich bei Speditionen um eine Arbeit als LKW-Fahrer bewerben. Wir haben laufend Kurse. Sie können zum Beispiel am nächsten Montag und Dienstag teilnehmen. Der Kurs geht an diesen Tagen immer von 9 bis 17 Uhr mit Pausen. Gut, das möchte ich gerne machen. Wie kann ich mich anmelden? Sie können sich im Internet anmelden. Gehen Sie auf die Seite www.erstehilfe-unterrode.de, dann klicken Sie auf Anmeldung und dann kommen Sie zum Anmeldeformular. Sie können natürlich auch bei uns vorbeikommen, montags bis freitags zwischen 9 und 18 Uhr. Vielen Dank für Ihre Informationen. Gern geschehen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Erste Hilfe-Zentrum Unterrode, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Labacki. Ich interessiere mich für einen Kurs bei Ihnen. Ich will den LKW-Führerschein machen und dafür brauche ich einen Erste-Hilfe-Kurs. Ich habe schon den Führerschein Klasse B, aber in der Fahrschule hat man mir gesagt, dass der Kurs, den ich dafür gemacht habe, nicht genug ist. Ja, das stimmt. Sie brauchen einen Erste-Hilfe-Kurs mit 8 Doppelstunden. 8 Doppelstunden? Was heißt das? Der Kurs hat 16 Unterrichtsstunden zu je 45 Minuten. Er findet an zwei Tagen statt. Wann kann ich anfangen? Ich brauche den Kurs sehr schnell, denn ich will auch bald den Führerschein machen. Wissen Sie, ich möchte mich bei Speditionen um eine Arbeit als LKW-Fahrer bewerben. Wir haben laufend Kurse. Sie können zum Beispiel am nächsten Montag und Dienstag teilnehmen. Der Kurs geht an diesen Tagen immer von 9 bis 17 Uhr mit Pausen. Gut, das möchte ich gerne machen. Wie kann ich mich anmelden? Sie können sich im Internet anmelden. Gehen Sie auf die Seite www.erstehilfe-unterrode.de, dann klicken Sie auf Anmeldung und dann kommen Sie zum Anmeldeformular. Sie können natürlich auch bei uns vorbeikommen, montags bis freitags zwischen 9 und 18 Uhr. Vielen Dank für Ihre Informationen. Gern geschehen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Dialog 8 Wichtige Sätze Freuen Sie sich auch auf den Sommer? Freuen Sie sich auch über Geschenke? Ärgern Sie sich auch über Politiker? Ärgern Sie sich auch über das Wetter? Interessieren Sie sich auch für Fußball? Interessieren Sie sich auch für Mode? Freuen Sie sich auch auf den Sommer? Freuen Sie sich auch über Geschenke? Ärgern Sie sich auch über Politiker? Ärgern Sie sich auch über das Wetter? Interessieren Sie sich auch für Fußball? Interessieren Sie sich auch für Mode? Dialog 9 Alles okay bei dir? Ach, weißt du, alle machen etwas Spannendes. Und ich habe einen Job in einem Copyshop, damit ich die Miete für mich und meine Tochter zahlen kann. Und ich warte auf bessere Zeiten. Du hast eine Tochter? Ja, sie ist noch ganz klein. Deshalb bin ich auch noch nicht mit dem Studium fertig. Ich habe einfach keine Zeit. Und das Studium interessiert mich auch nicht mehr so sehr. Verstehe. Und wenn du dir einen anderen Job suchst? Im Copyshop sind die Arbeitszeiten sehr flexibel. Das ist schon praktisch. Was möchtest du denn am liebsten machen? Am liebsten, ich träume von einem eigenen Tanzstudio. Mit Tanzkursen für Anfänger und Fortgeschrittene. Und mit einem kleinen Kaffee. Wow, super Idee. Ja, aber ohne Geld ist das schwierig. Ich möchte eine Fortbildung machen, damit ich mehr über Buchhaltung und so etwas lerne. Du kannst dich auch über Möglichkeiten für Förderungen informieren. Oder ich finde einen sympathischen Geschäftspartner mit viel Geld. Ich denke da zum Beispiel an dich. Dialog 9 Alles okay bei dir? Ach, weißt du, alle machen etwas Spannendes. Und ich habe einen Job in einem Copyshop, damit ich die Miete für mich und meine Tochter zahlen kann. Und ich warte auf bessere Zeiten. Du hast eine Tochter? Ja, sie ist noch ganz klein. Nein, deshalb bin ich auch noch nicht mit dem Studium fertig. Ich habe einfach keine Zeit. Und das Studium interessiert mich auch nicht mehr so sehr. Verstehe. Und wenn du dir einen anderen Job suchst? Im Copyshop sind die Arbeitszeiten sehr flexibel. Das ist schon praktisch. Was möchtest du denn am liebsten machen? Am liebsten? Ich träume von einem eigenen Tanzstudio. Mit Tanzkursen für Anfänger und Fortgeschrittene. Und mit einem kleinen Kaffee. Wow, super Idee. Ja, aber ohne Geld ist das schwierig. Ich möchte eine Fortbildung machen, damit ich mehr über Buchhaltung und so etwas lerne. Du kannst dich auch über Möglichkeiten für Förderungen informieren. Oder ich finde einen sympathischen Geschäftspartner mit viel Geld. Ich denke da zum Beispiel an dich. Wir haben heute zwei Gäste in unserem Magazin am Samstagmorgen. Herrn Duarte und Frau Fischer. Unser Thema ist das gesunde Leben. Herr Duarte, bitte erzählen Sie uns, was Sie für Ihre Gesundheit tun. Ja, gerne. Vor zwei Jahren hatte ich sehr viel Stress. Meine Arbeit war unsicher und ich habe mir Sorgen gemacht, wie es weitergeht. Das war nicht gut für meine Gesundheit. Ich habe keine Zeit gehabt für meine Familie, für gute Ernährung. Ich habe immer schnell zwischendurch Fastfood gegessen und habe natürlich zugenommen. Zehn Kilo. Dann hat meine Frau gesagt, so geht es nicht. Wenn du so weitermachst, machst du dir deine Gesundheit kaputt. Du musst etwas für deine Gesundheit tun. Ja, und da habe ich mit dem Laufen angefangen. Das hat mir gut getan. In diesem Jahr bin ich sogar beim Marathon mitgelaufen. Keine gute Zeit, aber ich habe es geschafft. Jetzt bin ich fit und ich fühle mich richtig gut. Frau Fischer, was machen Sie für Ihre Gesundheit? Früher habe ich in der Stadt gewohnt. Da war es laut und die Luft war schlecht. Ich habe oft schlecht geschlafen. Das war nicht gut für meine Gesundheit. Jetzt wohne ich auf dem Land. Ich kann im Wald spazieren gehen. Die Luft ist gut. Es ist ruhig. Und dann habe ich meinen Garten. Ich brauche kein Fitnesscenter. Wenn ich trainieren möchte und fit bleiben möchte, arbeite ich im Garten. Das macht mir Spaß und ist gut für meine Gesundheit. Die Luft ist gut für meine Gesundheit. Die Luft ist gut für meine Gesundheit. Die Luft ist gut für meine Gesundheit. Dialog 10 Wir haben heute zwei Gäste in unserem Magazin am Samstagmorgen. Herrn Duarte und Frau Fischer. Unser Thema ist das gesunde Leben. Herr Duarte, bitte erzählen Sie uns, was Sie für Ihre Gesundheit tun. Ja, gerne. Vor zwei Jahren hatte ich sehr viel Stress. Meine Arbeit war unsicher und ich habe mir Sorgen gemacht, wie es weitergeht. Das war nicht gut für meine Gesundheit. Ich habe keine Zeit gehabt für meine Familie, für gute Ernährung. Ich habe immer schnell zwischendurch Fastfood gegessen und habe natürlich zugenommen. 10 Kilo. Dann hat meine Frau gesagt, so geht es nicht. Wenn du so weitermachst, machst du dir deine Gesundheit kaputt. Du musst etwas für deine Gesundheit tun. Ja. Und da habe ich mit dem Laufen angefangen. Das hat mir gut getan. In diesem Jahr bin ich sogar beim Marathon mitgelaufen. Keine gute Zeit, aber ich habe es geschafft. Jetzt bin ich fit und ich fühle mich richtig gut. Frau Fischer, was machen Sie für Ihre Gesundheit? Früher habe ich in der Stadt gewohnt. Da war es laut und die Luft war schlecht. Ich habe oft schlecht geschlafen. Das war nicht gut für meine Gesundheit. Jetzt wohne ich auf dem Land. Ich kann im Wald spazieren gehen. Die Luft ist gut. Es ist ruhig. Und dann habe ich meinen Garten. Ich brauche kein Fitnesscenter. Wenn ich trainieren möchte und fit bleiben möchte, arbeite ich im Garten. Das macht mir Spaß und ist gut für meine Gesundheit. Guten Tag, Frau Kowalski. Nehmen Sie doch bitte Platz. Guten Tag, Frau Dr. Westhoff. Danke. Sie kommen für den Gesundheitscheck. Haben Sie gesundheitliche Probleme? Nein, ich fühle mich ganz gesund. Ich möchte nur einmal alles kontrollieren lassen. Das ist sehr vernünftig. Sie sind jetzt 36 Jahre alt. Da bezahlt die Krankenkasse alle zwei Jahre einen Gesundheitscheck. Ich muss Sie jetzt einmal abhören. Bitte machen Sie den Oberkörper frei. Ja, es ist alles in Ordnung. Mit dem Rücken haben Sie keine Probleme? Machen Sie Sport? Ja, ich gehe ins Fitnesscenter. Ich fühle mich ganz fit. Wie ist das Ergebnis der Laboruntersuchung? Einen Moment. Der Urin ist in Ordnung, der Blutdruck und die Blutwerte auch. Hm, die Cholesterinwerte sind zu hoch. Ja, das habe ich schon länger. Ich habe auch schon Medikamente bekommen, aber das hat nicht geholfen. Dann müssen wir das einmal untersuchen lassen. Ich gebe Ihnen eine Überweisung zum Facharzt. Danke. Guten Tag, Frau Kowalski. Nehmen Sie doch bitte Platz. Guten Tag, Frau Dr. Westhoff. Danke. Sie kommen für den Gesundheitscheck. Haben Sie gesundheitliche Probleme? Nein, ich fühle mich ganz gesund. Ich möchte nur einmal alles kontrollieren lassen. Das ist sehr vernünftig. Sie sind jetzt 36 Jahre alt. Da bezahlt die Krankenkasse alle zwei Jahre einen Gesundheitscheck. Ich muss Sie jetzt einmal abhören. Bitte machen Sie den Oberkörper frei. Ja, es ist alles in Ordnung. Mit dem Rücken haben Sie keine Probleme? Machen Sie Sport? Ja, ich gehe ins Fitnesscenter. Ich fühle mich ganz fit. Wie ist das Ergebnis der Laboruntersuchung? Einen Moment. Der Urin ist in Ordnung. Der Blutdruck und die Blutwerte auch. Hm, die Cholesterinwerte sind zu hoch. Ja, das habe ich schon länger. Ich habe auch schon Medikamente bekommen. Aber das hat nicht geholfen. Dann müssen wir das einmal untersuchen lassen. Ich gebe Ihnen eine Überweisung zum Facharzt. Danke. Danke. Guten Tag, Herr Dr. Heinemann. Ich möchte Max untersuchen lassen. Guten Tag, Frau Habasch. Hallo, Max. So. Genau. Heute machen wir die nächste Vorsorgeuntersuchung. Die U9. Haben Sie den Vorsorgepass dabei? Ja, hier ist er. Bitte schön. Gut. Dann fangen wir mit den Augen an. Max, kannst du mir sagen, was du auf dem Bild siehst? Das ist ein Haus und ein Junge. Der Junge spielt Ball. Ganz toll, Max. Gut. Dann muss ich noch in deinen Hals gucken. Mach mal den Mund auf. Prima. Alles in Ordnung. Du kannst dir ein Spielzeug aus der Dose... Kann ich den Hund haben? Na klar. Herr Doktor, wir möchten uns auch gerne noch von Ihnen beraten lassen. Was meinen Sie? Ist es besser, wenn wir Max gegen Grippe impfen lassen? Ja. Dialog 12 Guten Tag, Herr Doktor Heinemann. Ich möchte Max untersuchen lassen. Guten Tag, Frau Habasch. Hallo, Max. So. Genau. Heute machen wir die nächste Vorsorgeuntersuchung. Die U9. Haben Sie den Vorsorgepass dabei? Ja, hier ist er. Bitte schön. Gut. Dann fangen wir mit den Augen an. Max, kannst du mir sagen, was du auf dem Bild siehst? Das ist ein Haus und ein Junge. Der Junge spielt Ball. Ganz toll, Max. Gut. Dann muss ich noch in deinen Hals gucken. Mach mal den Mund auf. Prima. Alles in Ordnung. Du kannst ja ein Spielzeug aus der Do... Kann ich den Hund haben? Na klar. Herr Doktor, wir möchten uns auch gerne noch von Ihnen beraten lassen. Was meinen Sie? Ist es besser, wenn wir Max gegen Grippe impfen lassen? Dialog 13 Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich habe hier ein Rezept für mein Kind. Einen Moment, bitte. Hier, bitte. Was kostet das? Oh, das ist frei. Kinder bis zum 18. Lebensjahr müssen nichts bezahlen. Ja. Dialog 13 Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich habe hier ein Rezept für mein Kind. Einen Moment, bitte. Hier, bitte. Was kostet das? Oh, das ist frei. Kinder bis zum 18. Lebensjahr müssen nichts bezahlen. Ja, bitte. Der Doktor hat mir dieses Medikament verschrieben. Ich glaube, das haben wir im Moment nicht da. Ich schaue noch mal nach. Richtig. Ich kann es aber für Sie bestellen. Wann ist das Medikament dann da? Ach, das geht schnell. Schnell. Sie können es heute Nachmittag abholen. Nein, das geht nicht. Ich probiere es noch in einer anderen Apotheke. Danke. Danke. Dialog 14 Ja, bitte. Der Doktor hat mir dieses Medikament verschrieben. Ich glaube, das haben wir im Moment nicht da. Ich schaue noch mal nach. Richtig. Ich kann es aber für Sie bestellen. Wann ist das Medikament dann da? Ach, das geht schnell. Schnell. Sie können es heute Nachmittag abholen. Nein, das geht nicht. Ich probiere es noch in einer anderen Apotheke. Danke. Dialog 15 Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gerne Sofomirin-Tabletten. Haben Sie ein Rezept? Nein, aber ich habe die Tabletten schon früher genommen. Das tut mir leid. Die Tabletten sind rezeptpflichtig. Ich brauche ein Rezept vom Arzt. Das ist ärgerlich. Ich kann da nichts machen. Sie müssen zum Arzt gehen. Der schreibt Ihnen ein Rezept. Dann können Sie die Tabletten bekommen. Gut, danke für die Auskunft. Dialog 15 Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gerne Sofomirin-Tabletten. Haben Sie ein Rezept? Nein, aber ich habe die Tabletten schon früher genommen. Das tut mir leid. Die Tabletten sind rezeptpflichtig. Ich brauche ein Rezept vom Arzt. Das ist ärgerlich. Ich kann da nichts machen. Sie müssen zum Arzt gehen. Der schreibt Ihnen ein Rezept. Dann können Sie die Tabletten bekommen. Gut, danke für die Auskunft. Dialog 16 Guten Tag. Ich habe hier ein Rezept. Haben Sie dieses Medikament? Ja, das haben wir. Hier, bitteschön. Wie oft muss ich die Tabletten einnehmen? Moment, ich lese den Beipackzettel. Sie müssen die Tabletten dreimal täglich nehmen. Wenn Sie einen empfindlichen Magen haben, empfehle ich Ihnen, dass Sie die Tabletten nach dem Essen nehmen. Wieso? Welche Nebenwirkungen haben die Tabletten denn? Meistens keine. Aber es kann schon mal zu Magenschmerzen kommen. Selten haben die Patienten auch Kopfschmerzen. Aber die meisten Patienten haben keine Probleme. Gut. Wie viel kostet das? Fünf Euro, bitte. Dialog 16 Guten Tag. Ich habe hier ein Rezept. Haben Sie dieses Medikament? Ja, das haben wir. Hier, bitteschön. Wie oft muss ich die Tabletten einnehmen? Moment, ich lese den Beipackzettel. Sie müssen die Tabletten dreimal täglich nehmen. Wenn Sie einen empfindlichen Magen haben, empfehle ich Ihnen, dass Sie die Tabletten nach dem Essen nehmen. Wieso? Welche Nebenwirkungen haben die Tabletten denn? Meistens keine. Aber es kann schon mal zu Magenschmerzen kommen. Selten haben die Patienten auch Kopfschmerzen. Aber die meisten Patienten haben keine Probleme. Gut. Wie viel kostet das? Fünf Euro, bitte. Dialog 17 Wichtige Sätze Sie sollten regelmäßig joggen gehen und für einen Marathon trainieren. Gehen Sie nicht zu oft ins Fitnesscenter. Sie sollten viel Obst und Gemüse essen, damit der Körper genug Vitamine bekommt. Vermeiden Sie jeden Stress, denn Stress schadet der Gesundheit. Kaffee ist nicht gut für die Gesundheit. Leben Sie lieber auf dem Land, da gibt es keine schlechte Luft. Das Leben in einer Großstadt ist interessant und gut für das Wohlbefinden. Ein bisschen Stress macht aktiv. Man sollte jeden Tag eine Tasse Kaffee trinken. Sie sollten zum Frühstück viel essen, mittags weniger und abends noch weniger. Sie sollten fettarm essen, damit sie nicht dick werden. Fett, Fett ist wichtig für den Körper. Muskeltraining im Fitnesscenter ist gut für die Gesundheit. Dialog 17 Wichtige Sätze Sie sollten regelmäßig joggen gehen und für einen Marathon trainieren. Gehen Sie nicht zu oft ins Fitnesscenter. Sie sollten viel Obst und Gemüse essen, damit der Körper genug Vitamine bekommt. Vermeiden Sie jeden Stress, denn Stress schadet der Gesundheit. Kaffee ist nicht gut für die Gesundheit. Leben Sie lieber auf dem Land, da gibt es keine schlechte Luft. Das Leben in einer Großstadt ist interessant und gut für das Wohlbefinden. Ein bisschen Stress macht aktiv. Man sollte jeden Tag eine Tasse Kaffee trinken. Sie sollten zum Frühstück viel essen, mittags weniger und abends noch weniger. Sie sollten fettarm essen, damit sie nicht dick werden. Fett, Fett ist wichtig für den Körper. Muskeltraining im Fitnesscenter ist gut für die Gesundheit. Oh. Ja. Hast du Kopfschmerzen? Ich glaube, ich habe Tabletten dabei. Die helfen ganz schnell. Danke, das ist lieb. Aber ich sollte keine Tabletten mehr nehmen. Das habe ich schon zu lange gemacht. Hast du oft Kopfschmerzen? Ja, leider. Deshalb mache ich auch den Tai-Chi-Kurs. Mein Arzt hat gesagt, ich sollte etwas zur Entspannung tun. Hast du noch andere Beschwerden? Naja, ich schlafe nicht gut. Manchmal schlafe ich die ganze Nacht nicht. Hast du dich mal untersuchen lassen? Sind deine Blutwerte in Ordnung? Ja, alles bestens. Hm, du hast Stress. Du solltest Urlaub machen. Gute Idee. Und dein Arzt hat wirklich gesagt, dass Tai-Chi hilft? Ja, und es stimmt. Nach dem Kurs habe ich nie Kopfschmerzen. Und wenn ich geübt habe, schlafe ich nachts auch besser. Du übst regelmäßig zu Hause? Zu Hause? Wow! Hast du Kopfschmerzen? Ich glaube, ich habe Tabletten dabei. Die helfen ganz schnell. Danke, das ist lieb. Aber ich sollte keine Tabletten mehr nehmen. Das habe ich schon zu lange gemacht. Hast du oft Kopfschmerzen? Ja, leider. Deshalb mache ich auch den Tai-Chi-Kurs. Mein Arzt hat gesagt, ich sollte etwas zur Entspannung tun. Hast du noch andere Beschwerden? Naja, ich schlafe nicht gut. Manchmal schlafe ich die ganze Nacht nicht. Hast du dich mal untersuchen lassen? Sind deine Blutwerte in Ordnung? Ja, alles bestens. Hm, du hast Stress. Du solltest Urlaub machen. Gute Idee. Und dein Arzt hat wirklich gesagt, dass Tai-Chi hilft? Ja, und es stimmt. Nach dem Kurs habe ich nie Kopfschmerzen. Und wenn ich geübt habe, schlafe ich nachts auch besser. Du übst regelmäßig zu Hause? Zu Hause? Wow! Frau Nussbaum, Sie sind Personalberaterin. Was erwarten Arbeitgeber heute von Ihren Mitarbeitern? Wichtig ist natürlich die Ausbildung. Aber es gibt allgemeine Eigenschaften für jeden Beruf. Zum Beispiel erwarten Arbeitgeber immer, dass ihre Mitarbeiter zuverlässig sind. Was bedeutet zuverlässig? Können Sie ein Beispiel geben? Ja, der Arbeitgeber will sicher sein, dass die Mitarbeiter pünktlich kommen und ihre Arbeit gut machen. Wenn zum Beispiel ein Busfahrer zu spät oder gar nicht zur Arbeit kommt, kommen vielleicht auch viele andere Leute zu spät zur Arbeit. Das geht natürlich nicht. Was ist außerdem wichtig? In vielen Berufen arbeitet man mit anderen zusammen. Dann muss man teamfähig. Können Sie auch ein Beispiel für teamfähig nennen? In einem Restaurant zum Beispiel muss alles sehr schnell gehen. Köche und Kellner sind ein Team. Das heißt, sie arbeiten zusammen, damit die Gäste ihr Essen schnell bekommen. Da ist es wichtig, dass die Mitarbeiter gut im Team arbeiten, dass einer dem anderen hilft. Die Arbeitgeber erwarten auch engagierte Mitarbeiter. Das heißt, die Mitarbeiter sollen Interesse an der Arbeit haben und sie wichtig nehmen. Und die Arbeitnehmer müssen belastbar sein. Können Sie das Wort belastbar etwas genauer erklären? Ja, gerne. Manchmal gibt es Stress bei der Arbeit. Belastbar bedeutet, dass die Mitarbeiter dann ruhig bleiben. In der Weihnachtszeit zum Beispiel haben Verkäufer und Verkäuferinnen sehr viel Arbeit. Die Kaufhäuser sind voll und die Kunden haben viele Fragen. Die Mitarbeiter müssen freundlich bleiben. Außerdem wollen die Arbeitgeber oft, dass ihre Mitarbeiter flexibel sind. Dass sie also zu verschiedenen Zeiten arbeiten können und eventuell länger arbeiten. Zum Beispiel, weil es mehr Arbeit gibt oder weil ein Kollege krank ist. Frau Nussbaum, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und die vielen Informationen. Dialog 19 Frau Nussbaum, Sie sind Personalberaterin. Was erwarten Arbeitgeber heute von Ihren Mitarbeitern? Wichtig ist natürlich die Ausbildung. Aber es gibt allgemeine Eigenschaften für jeden Beruf. Zum Beispiel erwarten Arbeitgeber immer, dass ihre Mitarbeiter zuverlässig sind. Was bedeutet Arbeitgeber? Zuverlässig. Können Sie ein Beispiel geben? Ja, der Arbeitgeber will sicher sein, dass die Mitarbeiter pünktlich kommen und ihre Arbeit gut machen. Wenn zum Beispiel ein Busfahrer zu spät oder gar nicht zur Arbeit kommt, kommen vielleicht auch viele andere Leute zu spät zur Arbeit. Das geht natürlich nicht. Was ist außerdem wichtig? In vielen Berufen arbeitet man mit anderen zusammen. Dann muss man teamfähig sein. Können Sie auch ein Beispiel für teamfähig nennen? In einem Restaurant zum Beispiel muss alles sehr schnell gehen. Köche und Kellner sind ein Team. Das heißt, sie arbeiten zusammen, damit die Gäste ihr Essen schnell bekommen. Da ist es wichtig, dass die Mitarbeiter gut im Team arbeiten, dass einer dem anderen hilft. Die Arbeitgeber erwarten auch engagierte Mitarbeiter. Das heißt, die Mitarbeiter sollen Interesse an der Arbeit haben und sie wichtig nehmen. Und die Arbeitnehmer müssen belastbar sein. Können Sie das Wort belastbar etwas genauer erklären? Ja, gerne. Manchmal gibt es Stress bei der Arbeit. Belastbar bedeutet, dass die Mitarbeiter dann ruhig bleiben. In der Weihnachtszeit zum Beispiel haben Verkäufer und Verkäuferinnen sehr viel Arbeit. Die Kaufhäuser sind voll und die Kunden haben viele Fragen. Die Mitarbeiter müssen freundlich bleiben. Außerdem wollen die Arbeitgeber oft, dass ihre Mitarbeiter flexibel sind. Dass sie also zu verschiedenen Zeiten arbeiten können und eventuell länger arbeiten. Zum Beispiel, weil es mehr Arbeit gibt oder weil ein Kollege krank ist. Frau Nussbaum, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und die vielen Informationen. Dialog 20 Guten Tag! Bitte stellen Sie sich kurz vor. Wie heißen Sie, woher kommen Sie und was sind Sie von Beruf? Mein Name ist Maria Perez. Ich komme aus Venezuela. In Venezuela habe ich im Tourismus gearbeitet. Jetzt habe ich keine Arbeit. Ich möchte gern auch hier in Deutschland arbeiten. Mein Mann sagt, dass ich eine Ausbildung machen soll. Ich finde die Idee gut. Ich würde gern einen Ausbildungsplatz in einem Reisebüro finden. Das ist mein Wunsch. Später würde ich gern ein eigenes Reisebüro haben. Das ist mein Traum. Guten Tag! Bitte stellen Sie sich kurz vor. Wie heißen Sie, woher kommen Sie und was sind Sie von Beruf? Mein Name ist Maria Perez. Ich komme aus Venezuela. In Venezuela habe ich im Tourismus gearbeitet. Jetzt habe ich keine Arbeit. Ich möchte gern auch hier in Deutschland arbeiten. Mein Mann sagt, dass ich eine Ausbildung machen soll. Ich finde die Idee gut. Ich würde gern einen Ausbildungsplatz in einem Reisebüro finden. Das ist mein Wunsch. Später würde ich gern ein eigenes Reisebüro haben. Das ist mein Traum. Dialog 21 Guten Tag, Frau Matthei. Mein Name ist Holm. Nehmen Sie bitte Platz. Haben Sie den Weg gut gefunden? Ja, das war kein Problem. Ich bin schon häufiger nach Unna gekommen. Möchten Sie einen Kaffee? Ja, gerne. Vielen Dank. Also, Frau Matthei, warum interessieren Sie sich für diese Stelle? Ich habe nach der Schule eine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht und habe dann in Bukarest an einem großen Krankenhaus gearbeitet. Die Arbeit war sehr interessant. Ich arbeite gerne mit Patienten. Dann bin ich nach Deutschland gekommen und habe geheiratet. Ich habe schon in Rumänien in der Schule Deutsch gelernt und dann auch noch in Dortmund mehrere Sprachkurse gemacht, bis zum Niveau C1. Jetzt möchte ich gerne wieder arbeiten. Mhm. Wir sind ein großer Pflegeservice. Wir betreuen Senioren in Unna, aber auch in Dortmund, Hamm und Witten. Sie müssen viel fahren und müssen viele Kunden betreuen. Manchmal kann die Arbeit auch sehr stressig sein. Ist Stress bei der Arbeit ein Problem für Sie? Ich bin sicher, dass ich das schaffe. Stress kenne ich auch von meiner Arbeit im Krankenhaus. Mhm. Wir haben beim Pflegedienst Schichtarbeit. Immer von 6 bis 14 Uhr und von 14 bis 22 Uhr. Natürlich auch am Wochenende. Haben Sie schon in Schichtarbeit gearbeitet? Ja, in Rumänien im Krankenhaus habe ich auch so gearbeitet. Hm. Dann sollten wir noch über das Gehalt sprechen. Wir zahlen 2.100 Euro. Dazu kommen noch die Zuschläge für Schichtarbeit und Wochenendarbeit. Dann sind es ungefähr 2.400 Euro. Das ist mehr als bisher. Das gefällt mir. Gut, Frau Mattei. Vielen Dank für das Gespräch. Sie hören bald von uns. Auf Wiedersehen, Frau Holm. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich würde mich über eine positive Antwort freuen. Guten Tag, Frau Mattei. Mein Name ist Holm. Nehmen Sie bitte Platz. Haben Sie den Weg gut gefunden? Ja, das war kein Problem. Ich bin schon häufiger nach Unna gekommen. Möchten Sie einen Kaffee? Ja, gerne. Vielen Dank. Also, Frau Mattei, warum interessieren Sie sich für diese Stelle? Ich habe nach der Schule eine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht und habe dann in Bukarest an einem großen Krankenhaus gearbeitet. Die Arbeit war sehr interessant. Ich arbeite gerne mit Patienten. Dann bin ich nach Deutschland gekommen und habe geheiratet. Ich habe schon in Rumänien in der Schule Deutsch gelernt und dann auch noch in Dortmund mehrere Sprachkurse gemacht, bis zum Niveau C1. Jetzt möchte ich gerne wieder arbeiten. Mhm. Wir sind ein großer Pflegeservice. Wir betreuen Senioren in Unna, aber auch in Dortmund, Hamm und Witten. Sie müssen viel fahren und müssen viele Kunden betreuen. Manchmal kann die Arbeit auch sehr stressig sein. Ist Stress bei der Arbeit ein Problem für Sie? Ich bin sicher, dass ich das schaffe. Stress kenne ich auch von meiner Arbeit im Krankenhaus. Mhm. Wir haben beim Pflegedienst Schichtarbeit. Immer von 6 bis 14 Uhr und von 14 bis 22 Uhr. Natürlich auch am Wochenende. Haben Sie schon in Schichtarbeit gearbeitet? Ja, in Rumänien im Krankenhaus habe ich auch so gearbeitet. Hm. Dann sollten wir noch über das Gehalt sprechen. Wir zahlen 2.100 Euro. Dazu kommen noch die Zuschläge für Schichtarbeit und Wochenendarbeit. Dann sind es ungefähr 2.400 Euro. Das ist mehr als bisher. Das gefällt mir. Gut, Frau Mattei. Vielen Dank für das Gespräch. Sie hören bald von uns. Auf Wiedersehen, Frau Holm. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich würde mich über eine positive Antwort freuen. Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen. Ich interessiere mich für Ihre Stelle als Fahrer. Ist die Stelle noch frei? Bekommt man einen festen Stundenlohn? Und wie sind die Arbeitszeiten? Ich möchte gerne halbtags arbeiten. Ist das möglich? Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen. Ich interessiere mich für Ihre Stelle als Fahrer. Ist die Stelle noch frei? Ich möchte gerne halbtags arbeiten. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen. Ich interessiere mich für Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen. Ich interessiere mich für Ihre Stelle als Fahrer. Ist die Stelle noch frei? Bekommt man einen festen Stundenlohn? Und wie sind die Arbeitszeiten? Ich möchte gerne halbtags arbeiten. Ich möchte gerne halbtags arbeiten. Ist das möglich? Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen. Ich interessiere mich für Ihre Stelle als Fahrer. Und wie sind die Arbeitszeiten? Ich möchte gerne halbtags arbeiten. Ist das möglich? Vielen Dank für das interessante Gespräch. Dialog 23 Ich würde Euch gern etwas fragen. Ich habe am Wochenende eine spannende Stellenanzeige im Internet gefunden. Eine große Internetfirma sucht jemanden für Ihr Team. Sie wollen einen Online-Shop aufbauen. Das ist Dein Job, Ismail. Ja und nein. Ich hatte noch nie einen Chef oder Kollegen. Ich bin Teamarbeit nicht gewohnt. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber Du kannst es versuchen. Du bist doch jung und flexibel. Ja, genau. Und Du hast viel Erfahrung mit Online-Shops. Was machst Du denn dann mit Deinem eigenen Online-Shop? Verkaufen? Das weiß ich noch nicht. Ja, Verkaufen ist eine gute Idee. So geht das doch heute. Man gründet eine Firma, baut sie auf und verkauft sie dann teuer. Für eine Million Euro oder Dollar oder so. Super. Haha, ja klar. Ich würde einfach gern mehr Zeit für meine Familie haben. Als Angestellter ist es einfacher Denker, denke ich. Ich möchte nicht mehr jedes Wochenende arbeiten. Eine eigene Firma ist nur Stress. Und hast Du Dich schon beworben? Nein. Ich muss noch meinen Lebenslauf schreiben. Und ein Bewerbungsfoto habe ich auch noch nicht. Ich weiß ja auch gar nicht, ob die Stelle noch frei ist. Warum rufst Du nicht schon mal in der Firma an? Fragen kostet doch nichts. Dialog 23 Ich würde Euch gern etwas fragen. Ich habe am Wochenende eine spannende Stellenanzeige im Internet gefunden. Eine große Internetfirma sucht jemanden für ihr Team. Sie wollen einen Online-Shop aufbauen. Das ist Dein Job, Ismail. Ja und nein. Ich hatte noch nie einen Chef oder Kollegen. Ich bin Teamarbeit nicht gewohnt. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber Du kannst es versuchen. Du bist doch jung und flexibel. Ja, genau. Und Du hast viel Erfahrung mit Online-Shops. Was machst Du denn dann mit Deinem eigenen Online-Shop? Verkaufen? Das weiß ich noch nicht. Ja, verkaufen ist eine gute Idee. So geht das doch heute. Man gründet eine Firma, baut sie auf und verkauft sie dann teuer. Für eine Million Euro oder Dollar oder so. Super. Haha, ja klar. Ich würde einfach gern mehr Zeit für meine Familie haben. Als Angestellter ist es einfacher Denker, denke ich. Ich möchte nicht mehr jedes Wochenende arbeiten. Eine eigene Firma ist nur Stress. Und hast Du Dich schon beworben? Nein. Ich muss noch meinen Lebenslauf schreiben. Und ein Bewerbungsfoto habe ich auch noch nicht. Ich weiß ja auch gar nicht, ob die Stelle noch frei ist. Warum rufst Du nicht schon mal in der Firma an? Fragen kostet doch nichts. Dialog 24 Was machst Du da? Ich sehe mir die Fotos aus unserem letzten Urlaub an. Schau mal, hier sind die Fotos aus dem Restaurant. Das ist die Kellnerin, die so gut Deutsch gesprochen hat. Und schau mal hier. Das ist das Museum, das fast immer geschlossen war. Und dann dieses Foto. Das ist der Strand, der so toll war. So ruhig. Und der Sand war so weiß und sauber. Hier ist noch ein Foto. Das sind die Nachbarn, die uns zum Essen eingeladen haben. Ja, es war wirklich ein schöner Urlaub. Ich möchte dieses Jahr auch wieder ans Meer. Ich würde auch gerne einmal die Türkei kennenlernen. Sollen wir nicht einen Strandurlaub in der Türkei machen? Ja, das würde ich auch gern machen. Sollen wir mal ins Reisebüro gehen? Gute Idee, das machen wir. Am liebsten gleich heute, nach dem Einkaufen. Was machst du da? Ich sehe mir die Fotos aus unserem letzten Urlaub an. Schau mal, hier sind die Fotos aus dem Restaurant. Das ist die Kellnerin, die so gut Deutsch gesprochen hat. Und schau mal hier. Das ist das Museum, das fast immer geschlossen war. Und dann dieses Foto. Das ist der Strand, der so toll war. So ruhig. Und der Sand war so weiß und sauber. Hier ist noch ein Foto. Das sind die Nachbarn, die uns zum Essen eingeladen haben. Ja, es war wirklich ein schöner Urlaub. Ich möchte dieses Jahr auch wieder ans Meer. Ich würde auch gerne einmal die Türkei kennenlernen. Sollen wir nicht einen Strandurlaub in der Türkei machen? Ja, das würde ich auch gern machen. Sollen wir mal ins Reisebüro gehen? Gute Idee, das machen wir. Am liebsten gleich heute nach dem Einkaufen. Reisebüro Sonnenschein. Mein Name ist Welke. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich brauche einen Hin- und Rückflug nach Moskau. Der Hinflug soll am 4. Mai von München sein. Und der Rückflug am 7. Mai. Ich schaue mal. So. Hier habe ich einen Flug, aber der ist ziemlich teuer. Hin- und Rückflug kosten zusammen 538 Euro. Das macht nichts. Ich mache eine Geschäftsreise und die Firma bezahlt. Dann brauche ich auch noch ein Hotel. Es soll im Stadtzentrum liegen. Gerne. Da gibt es zum Beispiel das Hotel Metropol. Soll ich die Buchung machen? Ja, bitte. Mein Name ist Kerstin Bloch und meine Adresse ist... Oh, bitte noch einmal etwas langsamer. Ich muss alles in den Computer eingeben. Ja. Dialog 25 Reisebüro Sonnenschein. Mein Name ist Welke. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich brauche einen Hin- und Rückflug nach Moskau. Der Hinflug soll am 4. Mai von München sein. Und der Rückflug am 7. Mai. Ich schaue mal. So. Hier habe ich einen Flug, aber der ist ziemlich teuer. Hin- und Rückflug kosten zusammen 538 Euro. Das macht nichts. Ich mache eine Geschäftsreise und die Firma bezahlt. Dann brauche ich auch noch ein Hotel. Es soll im Stadtzentrum liegen. Gerne. Da gibt es zum Beispiel das Hotel Metropol. Soll ich die Buchung machen? Ja, bitte. Mein Name ist Kerstin Bloch und meine Adresse ist... Oh, bitte noch einmal etwas langsamer. Ich muss alles in den Computer eingeben. Dialog 26 Guten Tag. Nehmen Sie doch bitte Platz. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich möchte eine Reise für zwei Personen in die Türkei buchen. Wann wollen Sie reisen? Meine Frau und ich wollen im Sommer Urlaub machen. Wir suchen eine kleine Ferienwohnung, die am Meer liegt. Wir wollen zwei Wochen bleiben. Ich habe hier einen Katalog mit Angeboten, die sehr günstig sind. Ich empfehle Ihnen Antalya. Hier sind einige Fotos mit Ferienwohnungen am Meer. Darf ich mal sehen? Ja, die Fotos sind sehr schön und diese Wohnung gefällt mir sehr gut. Wie ist es mit den... Hier habe ich einen Flug. Sie fliegen am 24. Juli von Frankfurt ab. Der Rückflug ist dann am 7. August. Flug- und Ferienwohnung kosten zusammen 980 Euro für zwei Personen. Das klingt gut. Die Reise nehme ich. Braucht man für die Türkei eigentlich ein Visum? Als Deutscher brauchen Sie nur einen Reisepass oder einen Ausweis, der noch drei Monate gültig ist, aber kein Visum. Dann können wir also mit den Pässen ohne Visum fliegen. Ja, so ist es. Dialog 26 Guten Tag. Nehmen Sie doch bitte Platz. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich möchte eine Reise für zwei Personen in die Türkei buchen. Wann wollen Sie reisen? Meine Frau und ich wollen im Sommer Urlaub machen. Wir suchen eine kleine Ferienwohnung, die am Meer liegt. Wir wollen zwei Wochen bleiben. Ich habe hier einen Katalog mit Angeboten, die sehr günstig sind. Ich empfehle Ihnen Antalya. Hier sind einige Fotos mit Ferienwohnungen am Meer. Darf ich mal sehen? Ja, die Fotos sind sehr schön. Und diese Wohnung gefällt mir sehr gut. Wie ist es mit den... Hier habe ich einen Flug. Sie fliegen am 24. Juli von Frankfurt ab. Der Rückflug ist dann am 7. August. Flug- und Ferienwohnung kosten zusammen 980 Euro für zwei Personen. Das klingt gut. Die Reise nehme ich. Braucht man für die Türkei eigentlich ein Visum? Als Deutscher brauchen Sie nur einen Reisepass oder einen Ausweis, der noch drei Monate gültig ist, aber kein Visum. Dann können wir also mit den Pässen ohne Visum fliegen. Ja, so ist es. Dialog 27 Oh nein! Wo ist denn der gelbe Sonnenhut, den ich immer am Strand trage? Er liegt doch auf dem Sofa. Ach ja, danke. Dialog 27 Notrufzentrale, was kann ich für Sie tun? Hallo, hier spricht Horvath. Ich bin auf der A1 Richtung Köln. Ich habe eine Autopanne. Wo sind Sie genau? Hier auf der Notrufsäule steht Kilometer 166,5. Mein Auto ist kurz vor der Säule. Wir schicken den Pannendienst. Danke. Dialog 28 Notrufzentrale, was kann ich für Sie tun? Hallo, hier spricht Horvath. Ich bin auf der A1 Richtung Köln. Ich habe eine Autopanne. Wo sind Sie genau? Hier auf der Notrufsäule steht Kilometer 166,5. Mein Auto ist kurz vor der Säule. Wir schicken den Pannendienst. Danke. Dialog 29 Entschuldigen Sie bitte. Ich glaube, Sie sitzen auf meinem Platz. Wagen 7, Platz 41. Ich habe auch eine Reservierung für Platz 41. Oh, aber in Wagen 6. Tut mir leid. Das macht nichts. Das ist mir auch schon passiert. Dialog 29 Relativsätze Kennen Sie eine Sprachschule, die Deutschkurse anbietet? Kennen Sie ein Café, das auch Internet hat? Kennen Sie einen Kindergarten, der in der Nähe ist? Kennen Sie eine Schule, die Russisch anbietet? Kennen Sie ein Geschäft, das immer frisches Gemüse hat? Kennen Sie ein Restaurant, das türkische Spezialitäten anbietet? Kennen Sie eine Sprachschule, die Deutschkurse anbietet? Kennen Sie ein Café, das auch Internet hat? Kennen Sie einen Kindergarten, der in der Nähe ist? Kennen Sie eine Schule, die Russisch anbietet? Kennen Sie ein Geschäft, das immer frisches Gemüse hat? Kennen Sie ein Restaurant, das türkische Spezialitäten anbietet? Dialog 31 Was schaust du denn, Tobias? Hier läuft heute ein japanischer Film, den ich schon lange sehen wollte. Aha. Warst du schon einmal in Japan? Ja, dreimal. Japan ist echt ein spannendes Land. Man kann da so viel sehen und machen. Alles ist sehr anders als hier. Mein Mann und ich wollten immer zusammen nach Japan. Wir haben Freunde dort, die wir lange nicht gesehen haben. Du kannst doch in den Sommerferien hinfliegen und durch das Land reisen und auch deine Freunde besuchen. Allein? Ja, in Japan kann man gut... Das ist überhaupt kein Problem. Oder du buchst eine Reise mit einer Gruppe. Manchmal gibt es ganz günstige Angebote. Ja, das ist vielleicht einfacher. Ich kenne ein gutes Reisebüro. Die haben auch Unterkünfte im Angebot, die nicht so viel kosten. Es muss ja nicht immer ein Hotel sein. Ach ja? In Japan gibt es tolle Pensionen, die gar nicht teuer sind. Dort kann man auch super gut essen. Wenn du möchtest, können wir mal zusammen ins Reisebüro gehen. Sehr gern. Das ist lieb. Dialog 31 Was schaust du denn, Tobias? Hier läuft heute ein japanischer Film, den ich schon lange sehen wollte. Aha. Warst du schon einmal in Japan? Ja, dreimal. Japan ist echt ein spannendes Land. Man kann da so viel sehen und machen. Alles ist sehr anders als hier. Mein Mann und ich wollten immer zusammen nach Japan. Wir haben Freunde dort, die wir lange nicht gesehen haben. Du kannst doch in den Sommerferien hinfliegen und durch das Land reisen und auch deine Freunde besuchen. Allein? Ja, in Japan kann man gut... Das ist überhaupt kein Problem. Oder du buchst eine Reise mit einer Gruppe. Manchmal gibt es ganz günstige Angebote. Ja, das ist vielleicht einfacher. Ich kenne ein gutes Reisebüro. Die haben auch Unterkünfte im Angebot, die nicht so viel kosten. Es muss ja nicht immer ein Hotel sein. Ach ja? In Japan gibt es tolle Pensionen, die gar nicht teuer sind. Dort kann man auch super gut essen. Wenn du möchtest, können wir mal zusammen ins Reisebüro gehen. Sehr gern. Das ist lieb. Marquardt. Hallo, hier ist Susanne. Hi, Susanne. Wie geht's dir? Danke, gut. Ich möchte dich gern zu meinem Geburtstag einladen. Hast du nächste Woche am Samstag Zeit? Ist das der 8. Oktober? Ja, richtig. Ich habe ja am 5. Oktober Geburtstag. Aber das ist mitten in der Woche und alle arbeiten. Ja, klar. Ich komme gern. Wann beginnt die Feier? Ab 20 Uhr. Du kannst aber auch etwas später kommen. Ja, ich besuche am Nachmittag meine Eltern in Münster. Ich denke, ich kann so um 9 Uhr da sein. Wunderbar. Bis Samstag. Bis Samstag. Und danke für die Einladung. Dialog 1 Marquardt. Hallo, hier ist Susanne. Hi, Susanne. Wie geht's dir? Danke, gut. Ich möchte dich gern zu meinem Geburtstag einladen. Hast du nächste Woche am Samstag Zeit? Ist das der 8. Oktober? Ja, richtig. Ich habe ja am 5. Oktober Geburtstag. Aber das ist mitten in der Woche. Und alle arbeiten. Ja, klar. Ich komme gern. Wann beginnt die Feier? Ab 20 Uhr. Du kannst aber auch etwas später kommen. Ja, ich besuche am Nachmittag meine Eltern in Münster. Ich denke, ich kann so um 9 Uhr da sein. Wunderbar. Bis Samstag. Bis Samstag. Und danke für die Einladung. Dialog 2 Anna, erzähl doch mal die Geschichte von der Hochzeit mit Pannen. Ja, gerne. Also, das ist nicht meine Geschichte. Das ist die Geschichte von einer Freundin von meiner Schwester. Sie heißt Emma. Und Emma, die hat immer Pech. Also, Emma hat geheiratet und das war mal wieder typisch. Sie haben alles super organisiert. Erst Standesamt, dann ein wunderschönes Restaurant im Wald und abends tanzen. Emma organisiert immer alles ganz genau. Naja, und dann war der Hochzeitstag. Erst war alles gut. Sie waren auf dem Standesamt. Emma hatte ein tolles Kleid. Der Mann war auch sehr elegant. Der Standesbeamter hat eine schöne Rede gehalten. Und sie haben Ringe getauscht. Dann sind sie aus dem Standesamt rausgekommen. Und da waren alle Freunde und Verwandten und haben Reis geworfen. Emma war total glücklich. Ja, und dann hat es ein bisschen geregnet. Also, sie sind zum Restaurant gefahren und es hat immer mehr geregnet. Sie mussten vom Parkplatz zum Restaurant laufen und sind pitscht. Das schöne Kleid. Aber es wurde noch schlimmer. Sie kommen zum Restaurant und da hängt ein Schild, heute geschlossen. Die Tür war zu. Kein Mensch war da. Was war denn da passiert? Wie kann das sein? Keine Ahnung. Ich glaube, im Restaurant haben sie ein falsches Datum notiert. Aber jedenfalls, jedenfalls, was konnten sie machen? Sie sind dann im Regen durch die Stadt gelaufen und haben ein Restaurant für 30 Leute gesucht. Emma hat die ganze Zeit geheult. Und? Haben sie etwas gefunden? Ja, sie haben dann eine Pizzeria gefunden. Nicht besonders gut. Aber es war für 30 Personen und die haben auch noch was zum Essen gemacht. Aber tanzen war dann natürlich nicht möglich. Die Stimmung war aber super. Und auch Emma war dann ganz glücklich. Es war aber schon eine ziemliche Katastrophen-Hochzeit. So viel Pech, die Armen. Aber hat es Glück für die Ehe gebracht? Wie geht es den beiden denn? Dialog 2 Anna, erzähl doch mal die Geschichte von der Hochzeit mit Pannen. Ja, gerne. Also, das ist nicht meine Geschichte. Das ist die Geschichte von einer Freundin von meiner Schwester. Sie heißt Emma. Und Emma, die hat immer Pech. Also, Emma hat geheiratet und das war mal wieder typisch. Sie haben alles super organisiert. Erst Standesamt, dann ein wunderschönes Restaurant im Wald und abends tanzen. Emma organisiert immer alles ganz genau. Naja, und dann war der Hochzeitstag. Erst war alles gut. Sie waren auf dem Standesamt, Emma hatte ein tolles Kleid, der Mann war auch sehr elegant, der Standesbeamter hat eine schöne Rede gehalten und sie haben Ringe getauscht. Dann sind sie aus dem Standesamt rausgekommen und da waren alle Freunde und Verwandten und haben Reis geworfen. Emma war total glücklich. Ja, und dann hat es ein bisschen geregnet, also sie sind zum Restaurant gefahren und es hat immer mehr geregnet. Sie mussten vom Parkplatz zum Restaurant laufen und sind pitscht. Das schöne Kleid. Aber es wurde noch schlimmer. Sie kommen zum Restaurant und da hängt ein Schild, heute geschlossen. Die Tür war zu. Kein Mensch war da. Was war denn da passiert? Wie kann das sein? Keine Ahnung. Ich glaube, im Restaurant haben sie ein falsches Datum notiert. Aber jedenfalls, jedenfalls, was konnten sie machen? Sie sind dann im Regen durch die Stadt gelaufen und haben ein Restaurant für 30 Leute gesucht. Emma hat die ganze Zeit geheult. Und, haben sie etwas gefunden? Ja, sie haben dann eine Pizzeria gefunden, nicht besonders gut, aber es war für 30 Personen und die haben auch noch was zum Essen gemacht. Aber tanzen war dann natürlich nicht möglich. Die Stimmung war aber super. Und auch Emma war dann ganz glücklich. Es war aber schon eine ziemliche Katastrophenhochzeit. So viel Pech, die Armen. Aber hat es Glück für die Ehe gebracht? Wie geht es den beiden denn? Alles Liebe zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Alles, alles Gute für dein neues Lebensjahr. Danke. Schön, dass ihr mit mir feiert. Danke für die Einladung. Hast du heute Geburtstag? Ja. Welcher Tag ist denn heute? Der 24. April. 24. April. Oh, ein sehr schönes Datum. Feierst du deinen Geburtstag denn noch mit deiner Familie? Ja, meine Kinder kommen am Wochenende. Das heißt, meine beiden Töchter kommen mit ihren Männern. Mein Sohn kann leider nicht. Er muss arbeiten. Alles Liebe zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Alles, alles Gute für dein neues Lebensjahr. Danke. Schön, dass ihr mit mir feiert. Danke für die Einladung. Hast du heute Geburtstag? Ja. Welcher Tag ist denn heute? Der 24. April. 24. April. Oh, ein sehr schönes Datum. Feierst du deinen Geburtstag denn noch mit deiner Familie? Ja, meine Kinder kommen am Wochenende. Das heißt, meine beiden Töchter kommen mit ihren Männern. Mein Sohn kann leider nicht. Er muss arbeiten. Dialog 4 Hallo, Doreen. Wie geht es dir? Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Hallo, Ibulia. Ja, stimmt. Schön, dass wir uns mal wieder treffen. Wie geht es dir? Gut. Ich komme gerade von einem Kurs. Ach, arbeitest du wieder als Lehrerin? Ist die Babypause vorbei? Nein, noch nicht. Aber ich will wieder arbeiten. Ich nehme an dem Kurs teil. Ich bin nicht die Lehrerin. Im Moment passt mein Mann auf das Kind auf. Deshalb habe ich jetzt auch etwas Zeit. Hast du Lust auf einen Kaffee? Ja, warum nicht? Ich bin nicht die Lehrerin. 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 Ich bin die Lehrerin. Dialog 4 Hallo, Doreen. Wie geht es dir? Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Hallo, Ibulia. Ja, stimmt. Schön, dass wir uns mal wieder treffen. Wie geht es dir? Gut. Ich komme gerade von einem Kurs. Ach, arbeitest du wieder als Lehrerin? Ist die Babypause vorbei? Nein, noch nicht. Aber ich will wieder arbeiten. Ich nehme an dem Kurs teil. Ich bin nicht die Lehrerin. Im Moment passt mein Mann auf das Kind auf. Deshalb habe ich jetzt auch etwas Zeit. Hast du Lust auf einen Kaffee? Ja, warum nicht? So, bitte sehr. Wer hatte den Milchkaffee und den Erdbeerkuchen? Das war für mich bitte. Dann hatten Sie den Cappuccino und die Sachertorte? Ja, das war für mich. Vielen Dank. Also dann erzähl mal, Ibolia. Was für einen Kurs machst du? Ja, ich wollte nach der Babypause wieder arbeiten. Du weißt ja, ich war Informatiklehrerin. Ich habe mich um viele Stellen beworben, aber leider sind meine Computerkenntnisse nicht mehr aktuell. Ich interessiere mich für die neuen Softwareprogramme und jetzt habe ich eine Förderung von der Bundesagentur für Arbeit bekommen und nehme an einer Fortbildung teil. Förderung? Heißt das, dass die Bundesagentur die Fortbildung bezahlt? Ja, genau. Die Fortbildung ist hier beim IB in Münster. Und wie hast du den Kurs beim IB bekommen? Ich war beim Arbeitsberater. Der hat mir geholfen, aber ich musste lange auf den Kurs warten. Und wie ist es bei dir? Arbeitest du immer noch bei Elektro Müller? Ja, aber die Arbeit ist langweilig. Ich muss den ganzen Tag mit Kunden telefonieren. Ich will schon lange eine andere Stelle suchen. So eine Fortbildung möchte ich auch gerne machen. Ja, dann kannst du bestimmt auch eine bessere Stelle bekommen. Du bist doch Buchhalterin von Beruf. Geh doch mal zum Arbeitsberater. Der kann dich über die Möglichkeiten informieren und vielleicht wird es dann auch leichter, dass man deinen Berufsabschluss aus Kenia anerkennt. Ja, das ist eine gute Idee. Das mache ich. Und wie geht es dir sonst? Bist du immer noch mit Martin zusammen? Ja, das bin ich. Nächstes Jahr wollen wir heiraten. So, bitte sehr. Wer hatte den Milchkaffee und den Erdbeerkuchen? Das war für mich, bitte. Dann hatten Sie den Cappuccino und die Sachertorte? Ja, das war für mich. Vielen Dank. Also dann erzähl mal, Ibolia. Was für einen Kurs machst du? Ja, ich wollte nach der Babypause wieder arbeiten. Du weißt ja, ich war Informatiklehrerin. Ich habe mich um viele Stellen beworben, aber leider sind meine Computerkenntnisse nicht mehr aktuell. Ich interessiere mich für die neuen Softwareprogramme und jetzt habe ich eine Förderung von der Bundesagentur für Arbeit bekommen und nehme an einer Fortbildung teil. Förderung? Heißt das, dass die Bundesagentur die Fortbildung bezahlt? Ja, genau. Die Fortbildung ist hier beim IB in Münster. Jeden Tag von 9 bis 15 Uhr. Und wie hast du den Kurs beim IB bekommen? Ich war beim Arbeitsberater. Der hat mir geholfen, aber ich musste lange auf den Kurs warten. Und wie ist es bei dir? Arbeitest du immer noch bei Elektro Müller? Ja, aber die Arbeit ist langweilig. Ich muss den ganzen Tag mit Kunden telefonieren. Ich will schon lange eine andere Stelle suchen. So eine Fortbildung möchte ich auch gerne machen. Ja, dann kannst du bestimmt auch eine bessere Stelle bekommen. Du bist doch Buchhalterin von Beruf. Geh doch mal zum Arbeitsberater. Der kann dich über die Möglichkeiten informieren und vielleicht wird es dann auch leichter, dass man deinen Berufsabschluss aus Kenia anerkennt. Ja, das ist eine gute Idee. Das mache ich. Und wie geht es dir sonst? Bist du immer noch mit Martin zusammen? Ja, das bin ich. Nächstes Jahr wollen wir heiraten. Dialog 6 Herr Tabith, Sie machen gerade einen Computerkurs. Warum haben Sie den Kurs angefangen? Ich arbeite in meinem Beruf viel mit dem Computer. Natürlich kann ich E-Mails und Texte schreiben. Ich kenne Word, aber andere Programme wie PowerPoint und Excel kenne ich nicht so gut. Ich muss oft zu anderen Firmen fahren und unsere Produkte vorstellen. Und in dem Kurs lerne ich jetzt zum Beispiel, wie ich mit PowerPoint gute Präsentationen machen kann. Dann habe ich bessere Chancen bei meiner Arbeit. Ich habe das auch schon alleine probiert, aber das war kompliziert. Mit dem Kurs ist das viel einfacher und geht schneller. Ich bin natürlich abends oft müde. Aber es sind ja nur acht Termine. Die anderen Teilnehmer sind auch nett und manchmal gehen wir danach noch zusammen in eine Kneipe. Dialog 6 Herr Tabith, Sie machen gerade einen Computerkurs. Warum haben Sie den Kurs angefangen? Ich arbeite in meinem Beruf viel mit dem Computer. Natürlich kann ich E-Mails und Texte schreiben. Ich kenne Word, aber andere Programme wie PowerPoint und Excel kenne ich nicht so gut. Ich muss oft zu anderen Firmen fahren und unsere Produkte vorstellen. Und in dem Kurs lerne ich jetzt zum Beispiel, wie ich mit PowerPoint gute Präsentationen machen kann. Dann habe ich bessere Chancen bei meiner Arbeit. Ich habe das auch schon alleine probiert, aber das war kompliziert. Mit dem Kurs ist das viel einfacher und geht schneller. Ich bin natürlich abends oft müde. Aber es sind ja nur acht Termine. Die anderen Teilnehmer sind auch nett und manchmal gehen wir danach noch zusammen in eine Kneipe. Dialog 7 Erste-Hilfe-Zentrum Unterrode, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Labacki. Ich interessiere mich für einen Kurs bei Ihnen. Ich will den Lkw-Führerschein machen und dafür brauche ich einen Erste-Hilfe-Kurs. Ich habe schon den Führerschein Klasse B, aber in der Fahrschule hat man mir gesagt, dass der Kurs, den ich dafür gemacht habe, nicht genug ist. Ja, das stimmt. Sie brauchen einen Erste-Hilfe-Kurs mit acht Doppelstunden. Acht Doppelstunden? Was heißt das? Der Kurs hat 16 Unterrichtsstunden zu je 45 Minuten. Er findet an zwei Tagen statt. Wann kann ich anfangen? Ich brauche den Kurs sehr schnell, denn ich will auch bald den Führerschein machen. Wissen Sie, ich möchte mich bei Speditionen um eine Arbeit als Lkw-Fahrer bewerben. Wir haben laufend Kurse. Sie können zum Beispiel am nächsten Montag und Dienstag teilnehmen. Der Kurs geht an diesen Tagen immer von 9 bis 17 Uhr mit Pausen. Gut. Das möchte ich gerne machen. Wie kann ich mich anmelden? Sie können sich im Internet anmelden. Gehen Sie auf die Seite www.erstehilfe-unterrode.de Dann klicken Sie auf Anmeldung und dann kommen Sie zum Anmeldeformular. Sie können natürlich auch bei uns vorbeikommen. Montags bis freitags zwischen 9 und 18 Uhr. Vielen Dank für Ihre Informationen. Gern geschehen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Dialog 7 Erste-Hilfe-Zentrum Unterrode. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Labacki. Ich interessiere mich für einen Kurs bei Ihnen. Ich will den Lkw-Führerschein machen und dafür brauche ich einen Erste-Hilfe-Kurs. Ich habe schon den Führerschein Klasse B, aber in der Fahrschule hat man mir gesagt, dass der Kurs, den ich dafür gemacht habe, nicht genug ist. Ja, das stimmt. Sie brauchen einen Erste-Hilfe-Kurs mit acht Doppelstunden. Acht Doppelstunden? Was heißt das? Der Kurs hat 16 Unterrichtsstunden zu je 45 Minuten. Er findet an zwei Tagen statt. Wann kann ich anfangen? Ich brauche den Kurs sehr schnell, denn ich will auch bald den Führerschein machen. Wissen Sie, ich möchte mich bei Speditionen um eine Arbeit als Lkw-Fahrer bewerben. Wir haben laufend Kurse. Sie können zum Beispiel am nächsten Montag und Dienstag teilnehmen. Der Kurs geht an diesen Tagen immer von 9 bis 17 Uhr mit Pausen. Gut, das möchte ich gerne machen. Wie kann ich mich anmelden? Sie können sich im Internet anmelden. Gehen Sie auf die Seite www.erstehilfe-unterrode.de, dann klicken Sie auf Anmeldung und dann kommen Sie zum Anmeldeformular. Sie können natürlich auch bei uns vorbeikommen, montags bis freitags zwischen 9 und 18 Uhr. Vielen Dank für Ihre Informationen. Gern geschehen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Freuen Sie sich auch auf den Sommer? Freuen Sie sich auch über Geschenke? Ärgern Sie sich auch über Politiker? Ärgern Sie sich auch über das Wetter? Interessieren Sie sich auch für Fußball? Interessieren Sie sich auch für Mode? Gespräche? Sehen Sie sich auch für für die Kinder? Freuen Sie sich auch über Geschenke? Freuen Sie sich auch über den Sommer? Ein Geschenk? Freuen Sie sich auch über Geschenke? Ergern Sie sich auch über Politiker? Ärgern Sie sich auch über Politiker? Ärgern Sie sich auch über das Wetter? Interessieren Sie sich auch für Fußball? Interessieren Sie sich auch für Mode? Dialog 9 Alles okay bei dir? Ach, weißt du, alle machen etwas Spannendes. Und ich habe einen Job in einem Copyshop, damit ich die Miete für mich und meine Tochter zahlen kann. Und ich warte auf bessere Zeiten. Du hast eine Tochter? Ja, sie ist noch ganz klein. Nein, deshalb bin ich auch noch nicht mit dem Studium fertig. Ich habe einfach keine Zeit und das Studium interessiert mich auch nicht mehr so sehr. Verstehe. Und wenn du dir einen anderen Job suchst? Im Copyshop sind die Arbeitszeiten sehr flexibel. Das ist schon praktisch. Was möchtest du denn am liebsten machen? Am liebsten? Ich träume von einem eigenen Tanzstudio. Mit Tanzkursen für Anfänger und Fortgeschrittene. Und mit einem kleinen Café. Wow, super Idee. Ja, aber ohne Geld ist das schwierig. Ich möchte eine Fortbildung machen, damit ich mehr über Buchhaltung und so etwas lerne. Du kannst dich auch über Möglichkeiten für Förderungen informieren. Oder ich finde einen sympathischen Geschäftspartner mit viel Geld. Ich denke da zum Beispiel an dich. Dialog 9 Alles okay bei dir? Ach, weißt du, alle machen etwas Spannendes. Und ich habe einen Job in einem Copyshop, damit ich die Miete für mich und meine Tochter zahlen kann. Und ich warte auf bessere Zeiten. Du hast eine Tochter? Ja, sie ist noch ganz klein. Deshalb bin ich auch noch nicht mit dem Studium fertig. Ich habe einfach keine Zeit. Und das Studium interessiert mich auch nicht mehr so sehr. Verstehe. Und wenn du dir einen anderen Job suchst? Im Copyshop sind die Arbeitszeiten sehr flexibel. Das ist schon praktisch. Was möchtest du denn am liebsten machen? Am liebsten? Ich träume von einem eigenen Tanzstudio. Mit Tanzkursen für Anfänger und Fortgeschrittene. Und mit einem kleinen Café. Wow, super Idee. Ja, aber ohne Geld ist das schwierig. Ich möchte eine Fortbildung machen, damit ich mehr über Buchhaltung und so etwas lerne. Du kannst dich auch über Möglichkeiten für Förderungen informieren. Oder ich finde einen sympathischen Geschäftspartner mit viel Geld. Ich denke da zum Beispiel an dich. Dialog 10 Wir haben heute zwei Gäste in unserem Magazin am Samstagmorgen. Herrn Duarte und Frau Fischer. Unser Thema ist das gesunde Leben. Herr Duarte, bitte erzählen Sie uns, was Sie für Ihre Gesundheit tun. Ja, gerne. Vor zwei Jahren hatte ich sehr viel Stress. Meine Arbeit war unsicher und ich habe mir Sorgen gemacht, wie es weitergeht. Das war nicht gut für meine Gesundheit. Ich habe keine Zeit gehabt für meine Familie, für gute Ernährung. Ich habe immer schnell zwischendurch Fastfood gegessen und habe natürlich zugenommen. 10 Kilo. Dann hat meine Frau gesagt, so geht es nicht. Wenn du so weitermachst, machst du dir deine Gesundheit kaputt. Du musst etwas für deine Gesundheit tun. Ja. Und da habe ich mit dem Laufen angefangen. Das hat mir gut getan. In diesem Jahr bin ich sogar beim Marathon mitgelaufen. Keine gute Zeit, aber ich habe es geschafft. Jetzt bin ich fit und ich fühle mich richtig gut. Frau Fischer, was machen Sie für Ihre Gesundheit? Früher habe ich in der Stadt gewohnt. Da war es laut und die Luft war schlecht. Ich habe oft schlecht geschlafen. Das war nicht gut für meine Gesundheit. Jetzt wohne ich auf dem Land. Ich kann im Wald spazieren gehen. Die Luft ist gut. Es ist ruhig. Und dann habe ich meinen Garten. Ich brauche kein Fitnesscenter. Wenn ich trainieren möchte und fit bleiben möchte, arbeite ich im Garten. Das macht mir Spaß und ist gut für meine Gesundheit. Die Luft ist gut. Ja, gerne. Vor zwei Jahren hatte ich sehr viel Stress. Meine Arbeit war unsicher und ich habe mir Sorgen gemacht, wie es weitergeht. Das war nicht gut für meine Gesundheit. Ich habe keine Zeit gehabt für meine Familie, für gute Ernährung. Ich habe immer schnell zwischendurch Fastfood gegessen und habe natürlich zugenommen. Zehn Kilo. Dann hat meine Frau gesagt, so geht es nicht. Wenn du so weitermachst, machst du dir deine Gesundheit kaputt. Du musst etwas für deine Gesundheit tun. Ja. Und da habe ich mit dem Laufen angefangen. Das hat mir gut getan. In diesem Jahr bin ich sogar beim Marathon mitgelaufen. Keine gute Zeit, aber ich habe es geschafft. Jetzt bin ich fit und ich fühle mich richtig gut. Frau Fischer, was machen Sie für Ihre Gesundheit? Früher habe ich in der Stadt gewohnt. Da war es laut und die Luft war schlecht. Ich habe oft schlecht geschlafen. Das war nicht gut für meine Gesundheit. Jetzt wohne ich auf dem Land. Ich kann im Wald spazieren gehen. Die Luft ist gut. Es ist ruhig. Und dann habe ich meinen Garten. Ich brauche kein Fitnesscenter. Wenn ich trainieren möchte und fit bleiben möchte, arbeite ich im Garten. Das macht mir Spaß und ist gut für meine Gesundheit. Guten Tag, Frau Kowalski. Nehmen Sie doch bitte Platz. Guten Tag, Frau Dr. Westhoff. Danke. Sie kommen für den Gesundheitscheck. Haben Sie gesundheitliche Probleme? Nein, ich fühle mich ganz gesund. Ich möchte nur einmal alles kontrollieren lassen. Das ist sehr vernünftig. Sie sind jetzt 36 Jahre alt. Da bezahlt die Krankenkasse alle zwei Jahre einen Gesundheitscheck. Ich muss Sie jetzt einmal abhören. Bitte machen Sie den Oberkörper frei. Ja, es ist alles in Ordnung. Mit dem Rücken haben Sie keine Probleme? Machen Sie Sport? Ja, ich gehe ins Fitnesscenter. Ich fühle mich ganz fit. Wie ist das Ergebnis der Laboruntersuchung? Einen Moment. Der Urin ist in Ordnung. Der Blutdruck und die Blutwerte auch. Hm, die Cholesterinwerte sind zu hoch. Ja, das habe ich schon länger. Ich habe auch schon Medikamente bekommen. Aber das hat nicht geholfen. Dann müssen wir das einmal untersuchen lassen. Ich gebe Ihnen eine Überweisung zum Facharzt. Danke. Dialog 11 Guten Tag, Frau Kowalski. Nehmen Sie doch bitte Platz. Guten Tag, Frau Dr. Westhoff. Danke. Sie kommen für den Gesundheitscheck. Haben Sie gesundheitliche Probleme? Nein, ich fühle mich ganz gesund. Ich möchte nur einmal alles kontrollieren lassen. Das ist sehr vernünftig. Sie sind jetzt 36 Jahre alt. Da bezahlt die Krankenkasse alle zwei Jahre einen Gesundheitscheck. Ich muss Sie jetzt einmal abhören. Bitte machen Sie den Oberkörper frei. Ja, es ist alles in Ordnung. Mit dem Rücken haben Sie keine Probleme? Machen Sie Sport? Ja, ich gehe ins Fitnesscenter. Ich fühle mich ganz fit. Wie ist das Ergebnis der Laboruntersuchung? Einen Moment. Der Urin ist in Ordnung. Der Blutdruck und die Blutwerte auch. Hm, die Cholesterinwerte sind zu hoch. Ja, das habe ich schon länger. Ich habe auch schon Medikamente bekommen, aber das hat nicht geholfen. Dann müssen wir das einmal untersuchen lassen. Ich gebe Ihnen eine Überweisung zum Facharzt. Danke. Dialog 12 Guten Tag, Herr Dr. Heinemann. Ich möchte Max untersuchen lassen. Guten Tag, Frau Habasch. Hallo, Max. So, genau. Heute machen wir die nächste Vorsorgeuntersuchung. Die U9. Haben Sie den Vorsorgepass dabei? Ja, hier ist er. Bitte schön. Gut, dann fangen wir mit den Augen an. Max, kannst du mir sagen, was du auf dem Bild siehst? Das ist ein Haus und ein Junge. Der Junge spielt Ball. Ganz toll, Max. Gut. Dann muss ich noch in deinen Hals gucken. Mach mal den Mund auf. Prima. Alles in Ordnung. Du kannst ja ein Spielzeug aus der Dose. Kann ich den Hund haben? Na klar. Herr Doktor, wir möchten uns auch gern noch von Ihnen beraten lassen. Was meinen Sie? Ist es besser, wenn wir Max gegen Grippe impfen lassen? Dialog 12 Guten Tag, Herr Dr. Heinemann. Ich möchte Max untersuchen lassen. Guten Tag, Frau Habasch. Hallo, Max. Max. So. Genau. Heute machen wir die nächste Vorsorgeuntersuchung. Die U9. Haben Sie den Vorsorgepass dabei? Ja, hier ist er. Bitte schön. Gut, dann fangen wir mit den Augen an. Max, kannst du mir sagen, was du auf dem Bild siehst? Das ist ein Haus und ein Junge. Der Junge spielt Ball. Ganz toll, Max. Gut. Dann muss ich noch in deinen Hals gucken. Mach mal den Mund auf. Prima. Alles in Ordnung. Du kannst ja ein Spielzeug aus der Dome... Kann ich den Hund haben? Na klar. Herr Doktor, wir möchten uns auch gern noch von Ihnen beraten lassen. Was meinen Sie? Ist es besser, wenn wir Max gegen Grippe impfen lassen? Dialog 13 Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich habe hier ein Rezept für mein Kind. Einen Moment, bitte. Hier, bitte. Was kostet das? Oh, das ist frei. Kinder bis zum 18. Lebensjahr müssen nichts bezahlen. Dialog 13 Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich habe hier ein Rezept für mein Kind. Einen Moment, bitte. Hier, bitte. Was kostet das? Oh, das ist frei. Kinder bis zum 18. Lebensjahr müssen nichts bezahlen. Dialog 14 Ja, bitte. Der Doktor hat mir dieses Medikament verschrieben. Ich glaube, das haben wir im Moment nicht da. Ich schaue noch mal nach. Richtig. Ich kann es aber für Sie bestellen. Wann ist das Medikament dann da? Ach, das geht schnell. Schnell. Sie können es heute Nachmittag abholen. Nein, das geht nicht. Ich probiere es noch in einer anderen Apotheke. Danke. Danke. Nein, das geht nicht. Ich probiere es noch in einer anderen Apotheke. Danke. Dialog 15 Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gerne Sofomirin-Tabletten. Haben Sie ein Rezept? Nein, aber ich habe die Tabletten schon früher genommen. Das tut mir leid. Die Tabletten sind rezeptpflichtig. Ich brauche ein Rezept vom Arzt. Das ist ärgerlich. Ich kann da nichts machen. Sie müssen zum Arzt gehen. Der schreibt Ihnen ein Rezept. Dann können Sie die Tabletten bekommen. Gut. Danke für die Auskunft. Die Tabletten sind rezeptpflichtig. Die Tabletten sind rezeptpflichtig. Ich brauche ein Rezept vom Arzt. Das ist ärgerlich. Ich kann da nichts machen. Sie müssen zum Arzt gehen. Der schreibt Ihnen ein Rezept. Dann können Sie die Tabletten bekommen. Gut. Danke für die Auskunft. Guten Tag. Ich habe hier ein Rezept. Haben Sie dieses Medikament? Ja, das haben wir. Hier, bitteschön. Wie oft muss ich die Tabletten einnehmen? Moment, ich lese den Beipackzettel. Sie müssen die Tabletten dreimal täglich nehmen. Wenn Sie einen empfindlichen Magen haben, empfehle ich Ihnen, dass Sie die Tabletten nach dem Essen nehmen. Wieso? Welche Nebenwirkungen haben die Tabletten denn? Meistens keine. Aber es kann schon mal zu Magenschmerzen kommen. Selten haben die Patienten auch Kopfschmerzen. Aber die meisten Patienten haben keine Probleme. Gut. Wie viel kostet das? Fünf Euro, bitte. Guten Tag. Ich habe hier ein Rezept. Haben Sie dieses Medikament? Ja, das haben wir. Hier, bitteschön. Wie oft muss ich die Tabletten einnehmen? Moment, ich lese den Beipackzettel. Sie müssen die Tabletten dreimal täglich nehmen. Wenn Sie einen empfindlichen Magen haben, empfehle ich Ihnen, dass Sie die Tabletten nach dem Essen nehmen. Wieso? Welche Nebenwirkungen haben die Tabletten denn? Meistens keine. Aber es kann schon mal zu Magenschmerzen kommen. Selten haben die Patienten auch Kopfschmerzen. Aber die meisten Patienten haben keine Probleme. Gut. Wie viel kostet das? Fünf Euro, bitte. Sie sollten regelmäßig joggen gehen und für einen Marathon trainieren. Gehen Sie nicht zu oft ins Fitnesscenter. Sie sollten viel Obst und Gemüse essen, damit der Körper genug Vitamine bekommt. Vermeiden Sie jeden Stress, denn Stress schadet der Gesundheit. Kaffee ist nicht gut für die Gesundheit. Leben Sie lieber auf dem Land. Da gibt es keine schlechte Luft. Das Leben in einer Großstadt ist interessant und gut für das Wohlbefinden. Ein bisschen Stress macht aktiv. Man sollte jeden Tag eine Tasse Kaffee trinken. Sie sollten zum Frühstück viel essen, mittags weniger und abends noch weniger. Sie sollten fettarm essen, damit sie nicht dick werden. Fett ist wichtig für den Körper. Muskeltraining im Fitnesscenter ist gut für die Gesundheit. Oh. Dialog 17 Wichtige Sätze Sie sollten regelmäßig joggen gehen und für einen Marathon trainieren. Gehen Sie nicht zu oft ins Fitnesscenter. Sie sollten viel Obst und Gemüse essen, damit der Körper genug Vitamine bekommt. Vermeiden Sie jeden Stress, denn Stress schadet der Gesundheit. Kaffee ist nicht gut für die Gesundheit. Leben Sie lieber auf dem Land. Da gibt es keine schlechte Luft. Das Leben in einer Großstadt ist interessant und gut für das Wohlbefinden. Ein bisschen Stress macht aktiv. Man sollte jeden Tag eine Tasse Kaffee trinken. Sie sollten zum Frühstück viel essen, mittags weniger und abends noch weniger. Sie sollten fettarm essen, damit sie nicht dick werden. Fettett ist wichtig für den Körper. Muskeltraining im Fitnesscenter ist gut für die Gesundheit. Oh. Dialog 18 Hast du Kopfschmerzen? Ich glaube, ich habe Tabletten dabei. Die helfen ganz schnell. Danke, das ist lieb. Aber ich sollte keine Tabletten mehr nehmen. Das habe ich schon zu lange gemacht. Hast du oft Kopfschmerzen? Ja, leider. Deshalb mache ich auch den Tai-Chi-Kurs. Mein Arzt hat gesagt, ich sollte etwas zur Entspannung tun. Hast du noch andere Beschwerden? Na ja, ich schlafe nicht gut. Manchmal schlafe ich die ganze Nacht nicht. Hast du dich mal untersuchen lassen? Sind deine Blutwerte in Ordnung? Ja, alles bestens. Hm, du hast Stress. Du solltest Urlaub machen. Gute Idee. Und dein Arzt hat wirklich gesagt, dass Tai-Chi hilft? Ja, und es stimmt. Nach dem Kurs habe ich nie Kopfschmerzen. Und wenn ich geübt habe, schlafe ich nachts auch besser. Du übst regelmäßig zu Hause? Zu Hause? Wow! Hast du Kopfschmerzen? Ich glaube, ich habe Tabletten dabei. Die helfen ganz schnell. Danke, das ist lieb. Aber ich sollte keine Tabletten mehr nehmen. Das habe ich schon zu lange gemacht. Hast du oft Kopfschmerzen? Ja, leider. Deshalb mache ich auch den Tai-Chi-Kurs. Mein Arzt hat gesagt, ich sollte etwas zur Entspannung tun. Hast du noch andere Beschwerden? Naja, ich schlafe nicht gut. Manchmal schlafe ich die ganze Nacht nicht. Hast du dich mal untersuchen lassen? Sind deine Blutwerte in Ordnung? Ja, alles bestens. Hm, du hast Stress. Du solltest Urlaub machen. Gute Idee. Und dein Arzt hat wirklich gesagt, dass Tai-Chi hilft? Ja, und es stimmt. Nach dem Kurs habe ich nie Kopfschmerzen. Und wenn ich geübt habe, schlafe ich nachts auch besser. Du übst regelmäßig zu Hause? Zu Hause? Wow! Dialog 19 Frau Nussbaum, Sie sind Personalberaterin. Was erwarten Arbeitgeber heute von Ihren Mitarbeitern? Wichtig ist natürlich die Ausbildung. Aber es gibt allgemeine Eigenschaften für jeden Beruf. Zum Beispiel erwarten Arbeitgeber immer, dass ihre Mitarbeiter zuverlässig sind. Was bedeutet zuverlässig? Können Sie ein Beispiel geben? Ja, der Arbeitgeber will sicher sein, dass die Mitarbeiter pünktlich kommen und ihre Arbeit gut machen. Wenn zum Beispiel ein Busfahrer zu spät oder gar nicht zur Arbeit kommt, kommen vielleicht auch viele andere Leute zu spät zur Arbeit. Das geht natürlich nicht. Was ist außerdem wichtig? In vielen Berufen arbeitet man mit anderen zusammen. Dann muss man teamfähig sein. Können Sie auch ein Beispiel für teamfähig nennen? In einem Restaurant zum Beispiel muss alles sehr schnell gehen. Köche und Kellner sind ein Team. Das heißt, sie arbeiten zusammen, damit die Gäste ihr Essen schnell bekommen. Da ist es wichtig, dass die Mitarbeiter gut im Team arbeiten, dass einer dem anderen hilft. Die Arbeitgeber erwarten auch engagierte Mitarbeiter. Das heißt, die Mitarbeiter sollen Interesse an der Arbeit haben und sie wichtig nehmen. Und die Arbeitnehmer müssen belastbar sein. Können Sie das Wort belastbar etwas genauer erklären? Ja, gerne. Manchmal gibt es Stress bei der Arbeit. Belastbar bedeutet, dass die Mitarbeiter dann ruhig bleiben. In der Weihnachtszeit zum Beispiel haben Verkäufer und Verkäuferinnen sehr viel Arbeit. Die Kaufhäuser sind voll und die Kunden haben viele Fragen. Die Mitarbeiter müssen freundlich bleiben. Außerdem wollen die Arbeitgeber oft, dass ihre Mitarbeiter flexibel sind. Dass sie also zu verschiedenen Zeiten arbeiten können und eventuell länger arbeiten. Zum Beispiel, weil es mehr Arbeit gibt oder weil ein Kollege krank ist. Frau Nussbaum, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und die vielen Informationen. Dialog 19 Frau Nussbaum, Sie sind Personalberaterin. Was erwarten Arbeitgeber heute von Ihren Mitarbeitern? Wichtig ist natürlich die Ausbildung. Aber es gibt allgemeine Eigenschaften für jeden Beruf. Zum Beispiel erwarten Arbeitgeber immer, dass ihre Mitarbeiter zuverlässig sind. Was bedeutet Arbeitgeber? Zuverlässig. Können Sie ein Beispiel geben? Ja, der Arbeitgeber will sicher sein, dass die Mitarbeiter pünktlich kommen und ihre Arbeit gut machen. Wenn zum Beispiel ein Busfahrer zu spät oder gar nicht zur Arbeit kommt, kommen vielleicht auch viele andere Leute zu spät zur Arbeit. Das geht natürlich nicht. Was ist außerdem wichtig? In vielen Berufen arbeitet man mit anderen zusammen. Dann muss man teamfähig sein. Können Sie auch ein Beispiel für teamfähig nennen? In einem Restaurant zum Beispiel muss alles sehr schnell gehen. Köche und Kellner sind ein Team. Das heißt, sie arbeiten zusammen, damit die Gäste ihr Essen schnell bekommen. Da ist es wichtig, dass die Mitarbeiter gut im Team arbeiten, dass einer dem anderen hilft. Die Arbeitgeber erwarten auch engagierte Mitarbeiter. Das heißt, die Mitarbeiter sollen Interesse an der Arbeit haben und sie wichtig nehmen. Und die Arbeitnehmer müssen belastbar sein. Können Sie das Wort belastbar etwas genauer erklären? Ja, gerne. Manchmal gibt es Stress bei der Arbeit. Belastbar bedeutet, dass die Mitarbeiter dann ruhig bleiben. In der Weihnachtszeit zum Beispiel haben Verkäufer und Verkäuferinnen sehr viel Arbeit. Die Kaufhäuser sind voll und die Kunden haben viele Fragen. Die Mitarbeiter müssen freundlich bleiben. Außerdem wollen die Arbeitgeber oft, dass ihre Mitarbeiter flexibel sind. Dass sie also zu verschiedenen Zeiten arbeiten können und eventuell länger arbeiten. Zum Beispiel, weil es mehr Arbeit gibt oder weil ein Kollege krank ist. Frau Nussbaum, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und die vielen Informationen. Dialog 20 Guten Tag! Bitte stellen Sie sich kurz vor. Wie heißen Sie, woher kommen Sie und was sind Sie von Beruf? Mein Name ist Maria Perez. Ich komme aus Venezuela. In Venezuela habe ich im Tourismus gearbeitet. Jetzt habe ich keine Arbeit. Ich möchte gern auch hier in Deutschland arbeiten. Mein Mann sagt, dass ich eine Ausbildung machen soll. Ich finde die Idee gut. Ich würde gern einen Ausbildungsplatz in einem Reisebüro finden. Das ist mein Wunsch. Später würde ich gern ein eigenes Reisebüro haben. Das ist mein Traum. Dialog 20 Guten Tag! Bitte stellen Sie sich kurz vor. Wie heißen Sie, woher kommen Sie und was sind Sie von Beruf? Mein Name ist Maria Perez. Ich komme aus Venezuela. In Venezuela habe ich im Tourismus gearbeitet. Jetzt habe ich keine Arbeit. Ich möchte gern auch hier in Deutschland arbeiten. Mein Mann sagt, dass ich eine Ausbildung machen soll. Ich finde die Idee gut. Ich würde gern einen Ausbildungsplatz in einem Reisebüro finden. Das ist mein Wunsch. Später würde ich gern ein eigenes Reisebüro haben. Das ist mein Traum. Dialog 21 Guten Tag, Frau Matthei. Mein Name ist Holm. Nehmen Sie bitte Platz. Haben Sie den Weg gut gefunden? Ja, das war kein Problem. Ich bin schon häufiger nach Unna gekommen. Möchten Sie einen Kaffee? Ja, gerne. Vielen Dank. Also, Frau Matthei, warum interessieren Sie sich für diese Stelle? Ich habe nach der Schule eine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht und habe dann in Bukarest an einem großen Krankenhaus gearbeitet. Die Arbeit war sehr interessant. Ich arbeite gerne mit Patienten. Dann bin ich nach Deutschland gekommen und habe geheiratet. Ich habe schon in Rumänien in der Schule Deutsch gelernt und dann auch noch in Dortmund mehrere Sprachkurse gemacht, bis zum Niveau C1. Jetzt möchte ich gerne wieder arbeiten. Wir sind ein großer Pflegeservice. Wir betreuen Senioren in Unna, aber auch in Dortmund, Hamm und Witten. Sie müssen viel fahren und müssen viele Kunden betreuen. Manchmal kann die Arbeit auch sehr stressig sein. Ist Stress bei der Arbeit ein Problem für Sie? Ich bin sicher, dass ich das schaffe. Stress kenne ich auch von meiner Arbeit im Krankenhaus. Wir haben beim Pflegedienst Schichtarbeit. Immer von 6 bis 14 Uhr und von 14 bis 22 Uhr. Natürlich auch am Wochenende. Haben Sie schon in Schichtarbeit gearbeitet? Ja, in Rumänien im Krankenhaus habe ich auch so gearbeitet. Dann sollten wir noch über das Gehalt sprechen. Wir zahlen 2.100 Euro. Dazu kommen noch die Zuschläge für Schichtarbeit und Wochenendarbeit. Dann sind es ungefähr 2.400 Euro. Das ist mehr als bisher. Das gefällt mir. Gut, Frau Matthei. Vielen Dank für das Gespräch. Sie hören bald von uns. Auf Wiedersehen, Frau Holm. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich würde mich über eine positive Antwort freuen. Dialog 21 Guten Tag, Frau Matthei. Mein Name ist Holm. Nehmen Sie bitte Platz. Haben Sie den Weg gut gefunden? Ja, das war kein Problem. Ich bin schon häufiger nach Unna gekommen. Möchten Sie einen Kaffee? Ja, gerne. Vielen Dank. Also, Frau Matthei, warum interessieren Sie sich für diese Stelle? Ich habe nach der Schule eine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht und habe dann in Bukarest an einem großen Krankenhaus gearbeitet. Die Arbeit war sehr interessant. Ich arbeite gerne mit Patienten. Dann bin ich nach Deutschland gekommen und habe geheiratet. Ich habe schon in Rumänien in der Schule Deutsch gelernt und dann auch noch in Dortmund mehrere Sprachkurse gemacht, bis zum Niveau C1. Jetzt möchte ich gerne wieder arbeiten. Wir sind ein großer Pflegeservice. Wir betreuen Senioren in Unna, aber auch in Dortmund, Hamm und Witten. Sie müssen viel fahren und müssen viele Kunden betreuen. Manchmal kann die Arbeit auch sehr stressig sein. Ist Stress bei der Arbeit ein Problem für Sie? Ich bin sicher, dass ich das schaffe. Stress kenne ich auch von meiner Arbeit im Krankenhaus. Wir haben beim Pflegedienst Schichtarbeit. Immer von 6 bis 14 Uhr und von 14 bis 22 Uhr. Natürlich auch am Wochenende. Haben Sie schon in Schichtarbeit gearbeitet? Ja, in Rumänien im Krankenhaus habe ich auch so gearbeitet. Dann sollten wir noch über das Gehalt sprechen. Wir zahlen 2.100 Euro. Dazu kommen noch die Zuschläge für Schichtarbeit und Wochenendarbeit. Dann sind es ungefähr 2.400 Euro. Das ist mehr als bisher. Das gefällt mir. Gut, Frau Mattei. Vielen Dank für das Gespräch. Sie hören bald von uns. Auf Wiedersehen, Frau Holm. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich würde mich über eine positive Antwort freuen. Dialog 22 Wichtige Sätze Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen. Ich interessiere mich für Ihre Stelle als Fahrer. Ist die Stelle noch frei? Bekommt man einen festen Stundenlohn? Und wie sind die Arbeitszeiten? Ich möchte gerne halbtags arbeiten. Ist das möglich? Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen. Ich interessiere mich für Ihre Stelle als Fahrer. Ist die Stelle noch frei? Ich möchte gerne halbtags arbeiten. Ist das möglich? Vielen Dank für das interessante Gespräch. Dialog 22 Wichtige Sätze Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen. Ich interessiere mich für Ihre Stelle als Fahrer. Ist die Stelle noch frei? Bekommt man einen festen Stundenlohn? Und wie sind die Arbeitszeiten? Ich möchte gerne halbtags arbeiten. Ist das möglich? Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen. Ich interessiere mich für Ihre Stelle als Fahrer. Ist die Stelle noch frei? Ich möchte gerne halbtags arbeiten. Ist das möglich? Vielen Dank für das interessante Gespräch. Dialog 23 Ich würde Euch gern etwas fragen. Ich habe am Wochenende eine spannende Stellenanzeige im Internet gefunden. Eine große Internetfirma sucht jemanden für ihr Team. Sie wollen einen Online-Shop aufbauen. Das ist Dein Job, Ismail. Ja und nein. Ich hatte noch nie einen Chef oder Kollegen. Ich bin Teamarbeit nicht gewohnt. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber Du kannst es versuchen. Du bist doch jung. Und flexibel. Ja, genau. Und Du hast viel Erfahrung mit Online-Shops. Was machst Du denn dann mit Deinem eigenen Online-Shop? Verkaufen? Das weiß ich noch nicht. Ja, verkaufen ist eine gute Idee. So geht das doch heute. Man gründet eine Firma, baut sie auf und verkauft sie dann teuer. Für eine Million Euro oder Dollar oder so. Super. Haha. Ja, klar. Ich würde einfach gern mehr Zeit für meine Familie haben. Als Angestellter ist es einfacher Denker, denke ich. Ich möchte nicht mehr jedes Wochenende arbeiten. Eine eigene Firma ist nur Stress. Und hast Du Dich schon beworben? Nein. Ich muss noch meinen Lebenslauf schreiben. Und ein Bewerbungsfoto habe ich auch noch nicht. Ich weiß ja auch gar nicht, ob die Stelle noch frei ist. Warum rufst Du nicht schon mal in der Firma an? Fragen kostet doch nichts. Dialog 23 Ich würde Euch gern etwas fragen. Ich habe am Wochenende eine spannende Stellenanzeige im Internet gefunden. Eine große Internetfirma sucht jemanden für Ihr Team. Sie wollen einen Online-Shop aufbauen. Das ist Dein Job, Ismail. Ja und nein. Ich hatte noch nie einen Chef oder Kollegen. Ich bin Teamarbeit nicht gewohnt. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber Du kannst es versuchen. Du bist doch jung. Und flexibel. Ja, genau. Und Du hast viel Erfahrung mit Online-Shops. Was machst Du denn dann mit Deinem eigenen Online-Shop? Verkaufen? Das weiß ich noch nicht. Ja, verkaufen ist eine gute Idee. So geht das doch heute. Man gründet eine Firma, baut sie auf und verkauft sie dann teuer. Für eine Million Euro oder Dollar oder so. Super. Ja klar. Ich würde einfach gern mehr Zeit für meine Familie haben. Als Angestellter ist das einfacher Denker, denke ich. Ich möchte nicht mehr jedes Wochenende arbeiten. Eine eigene Firma ist nur Stress. Und hast Du Dich schon beworben? Nein. Ich muss noch meinen Lebenslauf schreiben. Und ein Bewerbungsfoto habe ich auch noch nicht. Ich weiß ja auch gar nicht, ob die Stelle noch frei ist. Warum rufst Du nicht schon mal in der Firma an? Fragen kostet doch nichts. Dialog 24 Was machst Du da? Ich sehe mir die Fotos aus unserem letzten Urlaub an. Schau mal. Hier sind die Fotos aus dem Restaurant. Das ist die Kellnerin, die so gut Deutsch gesprochen hat. Und schau mal hier. Das ist das Museum, das fast immer geschlossen war. Und dann dieses Foto. Das ist der Strand, der so toll war. So ruhig. Und der Sand war so weiß und sauber. Hier ist noch ein Foto. Das sind die Nachbarn, die uns zum Essen eingeladen haben. Ja, es war wirklich ein schöner Urlaub. Ich möchte dieses Jahr auch wieder ans Meer. Ich würde auch gerne einmal die Türkei kennenlernen. Sollen wir nicht einen Strandurlaub in der Türkei machen? Ja, das würde ich auch gern machen. Sollen wir mal ins Reisebüro gehen? Gute Idee, das machen wir. Am liebsten gleich heute nach dem Einkaufen. Dialog 24 Was machst Du da? Ich sehe mir die Fotos aus unserem letzten Urlaub an. Schau mal. Hier sind die Fotos aus dem Restaurant. Das ist die Kellnerin, die so gut Deutsch gesprochen hat. Und schau mal hier. Das ist das Museum, das fast immer geschlossen war. Und dann dieses Foto. Das ist der Strand, der so toll war. So ruhig. Und der Sand war so weiß und sauber. Hier ist noch ein Foto. Das sind die Nachbarn, die uns zum Essen eingeladen haben. Ja, es war wirklich ein schöner Urlaub. Ich möchte dieses Jahr auch wieder ans Meer. Ich würde auch gerne einmal die Türkei kennenlernen. Sollen wir nicht einen Strandurlaub in der Türkei machen? Ja, das würde ich auch gern machen. Sollen wir mal ins Reisebüro gehen? Gute Idee, das machen wir. Am liebsten gleich heute nach dem Einkaufen. Reisebüro Sonnenschein. Mein Name ist Welke. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich brauche einen Hin- und Rückflug nach Moskau. Der Hinflug soll am 4. Mai von München sein. Und der Rückflug am 7. Mai. Ich schaue mal. So. Hier habe ich einen Flug, aber der ist ziemlich teuer. Hin- und Rückflug kosten zusammen 538 Euro. Das macht nichts. Ich mache eine Geschäftsreise und die Firma bezahlt. Dann brauche ich auch noch ein Hotel. Es soll im Stadtzentrum liegen. Gerne. Da gibt es zum Beispiel das Hotel Metropol. Soll ich die Buchung machen? Ja, bitte. Mein Name ist Kerstin Bloch und meine Adresse ist... Oh, bitte noch einmal etwas langsamer. Ich muss alles in den Computer eingeben. Reisebüro Sonnenschein. Mein Name ist Welke. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich brauche einen Hin- und Rückflug nach Moskau. Der Hinflug soll am 4. Mai von München sein. Und der Rückflug am 7. Mai. Ich schaue mal. So. Hier habe ich einen Flug, aber der ist ziemlich teuer. Hin- und Rückflug kosten zusammen 538 Euro. Das macht nichts. Ich mache eine Geschäftsreise und die Firma bezahlt. Dann brauche ich auch noch ein Hotel. Es soll im Stadtzentrum liegen. Gerne. Da gibt es zum Beispiel das Hotel Metropol. Soll ich die Buchung machen? Ja, bitte. Mein Name ist Kerstin Bloch und meine Adresse ist... Oh, bitte noch einmal etwas langsamer. Ich muss alles in den Computer eingeben. Dialog 26 Guten Tag. Nehmen Sie doch bitte Platz. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich möchte eine Reise für zwei Personen in die Türkei buchen. Wann wollen Sie reisen? Meine Frau und ich wollen im Sommer Urlaub machen. Wir suchen eine kleine Ferienwohnung, die am Meer liegt. Wir wollen zwei Wochen bleiben. Ich habe hier einen Katalog mit Angeboten, die sehr günstig sind. Ich empfehle Ihnen Antalya. Hier sind einige Fotos mit Ferienwohnungen am Meer. Darf ich mal sehen? Ja, die Fotos sind sehr schön. Und diese Wohnung gefällt mir sehr gut. Wie ist es mit den... Hier habe ich einen Flug. Sie fliegen am 24. Juli von Frankfurt ab. Der Rückflug ist dann am 7. August. Flug und Ferienwohnung kosten zusammen 980 Euro für zwei Personen. Das klingt gut. Die Reise nehme ich. Braucht man für die Türkei eigentlich ein Visum? Als Deutscher brauchen Sie nur einen Reisepass oder einen Ausweis, der noch drei Monate gültig ist, aber kein Visum. Dann können wir also mit den Pässen ohne Visum fliegen. Ja, so ist es. Dialog 26 Guten Tag. Nehmen Sie doch bitte Platz. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich möchte eine Reise für zwei Personen in die Türkei buchen. Wann wollen Sie reisen? Meine Frau und ich wollen im Sommer Urlaub machen. Wir suchen eine kleine Ferienwohnung, die am Meer liegt. Wir wollen zwei Wochen bleiben. Ich habe hier einen Katalog mit Angeboten, die sehr günstig sind. Ich empfehle Ihnen Antalya. Hier sind einige Fotos mit Ferienwohnungen am Meer. Darf ich mal sehen? Ja, die Fotos sind sehr schön und diese Wohnung gefällt mir sehr gut. Wie ist es mit den... Hier habe ich einen Flug. Sie fliegen am 24. Juli von Frankfurt ab. Der Rückflug ist dann am 7. August. Flug- und Ferienwohnung kosten zusammen 980 Euro für zwei Personen. Das klingt gut, die Reise nehme ich. Braucht man für die Türkei eigentlich ein Visum? Als Deutscher brauchen Sie nur einen Reisepass oder einen Ausweis, der noch drei Monate gültig ist, aber kein Visum. Dann können wir also mit den Pässen ohne Visum fliegen. Ja, so ist es. Dialog 27 Oh nein! Wo ist denn der gelbe Sonnenhut, den ich immer am Strand trage? Er liegt doch auf dem Sofa. Ach ja, danke. Dialog 27 Oh nein! Wo ist denn der gelbe Sonnenhut, den ich immer am Strand trage? Er liegt doch auf dem Sofa. Ach ja, danke. Notrufzentrale, was kann ich für Sie tun? Hallo, hier spricht Horvath. Ich bin auf der A1 Richtung Köln. Ich habe eine Autopanne. Wo sind Sie genau? Hier auf der Notrufsäule steht Kilometer 166,5. Mein Auto ist kurz vor der Säule. Wir schicken den Pannendienst. Danke. Notrufzentrale, was kann ich für Sie tun? Hallo, hier spricht Horvath. Ich bin auf der A1 Richtung Köln. Ich habe eine Autopanne. Wo sind Sie genau? Hier auf der Notrufsäule steht Kilometer 166,5. Mein Auto ist kurz vor der Säule. Wir schicken den Pannendienst. Danke. Danke. Dialog 29. Entschuldigen Sie bitte. Ich glaube, Sie sitzen auf meinem Platz. Wagen 7, Platz 41. Ich habe auch eine Reservierung für Platz 41. Oh, aber in Wagen 6. Tut mir leid. Das macht nichts. Das ist mir auch schon passiert. Relativsätze. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kennen Sie ein Restaurant, das türkische Spezialitäten anbietet? Kennen Sie eine Sprachschule, die Deutschkurse anbietet? Kennen Sie ein Café, das auch Internet hat? Kennen Sie einen Kindergarten, der in der Nähe ist? Kennen Sie eine Schule, die Russisch anbietet? Kennen Sie ein Geschäft, das immer frisches Gemüse hat? Kennen Sie ein Restaurant, das türkische Spezialitäten anbietet? Dialog 31 Was schaust du denn, Tobias? Hier läuft heute ein japanischer Film, den ich schon lange sehen wollte. Aha. Warst du schon einmal in Japan? Ja, dreimal. Japan ist echt ein spannendes Land. Man kann da so viel sehen und machen. Alles ist sehr anders als hier. Mein Mann und ich wollten immer zusammen nach Japan. Wir haben Freunde dort, die wir lange nicht gesehen haben. Du kannst doch in den Sommerferien hinfliegen und durch das Land reisen und auch deine Freunde besuchen. Allein? Das ist überhaupt kein Problem. Oder du buchst eine Reise mit einer Gruppe. Manchmal gibt es ganz günstige Angebote. Ja, das ist vielleicht einfacher. Ich kenne ein gutes Reisebüro. Die haben auch Unterkünfte im Angebot, die nicht so viel kosten. Es muss ja nicht immer ein Hotel sein. Ach ja? In Japan gibt es tolle Pensionen, die gar nicht teuer sind. Dort kann man auch super gut essen. Wenn du möchtest, können wir mal zusammen ins Reisebüro gehen. Sehr gern. Das ist lieb. Dialog 31 Was schaust du denn, Tobias? Hier läuft heute ein japanischer Film, den ich schon lange sehen wollte. Aha. Warst du schon einmal in Japan? Ja, dreimal. Japan ist echt ein spannendes Land. Man kann da so viel sehen und machen. Alles ist sehr anders als hier. Mein Mann und ich wollten immer zusammen nach Japan. Wir haben Freunde dort, die wir lange nicht gesehen haben. Du kannst doch in den Sommerferien hinfliegen und durch das Land reisen und auch deine Freunde besuchen. Allein? Ja, in Japan kann man gut... Das ist überhaupt kein Problem. Oder du buchst eine Reise mit einer Gruppe. Manchmal gibt es ganz günstige Angebote. Ja, das ist vielleicht einfacher. Ich kenne ein gutes Reisebüro. Die haben auch Unterkünfte im Angebot, die nicht so viel kosten. Es muss ja nicht immer ein Hotel sein. Ach ja? In Japan gibt es tolle Pensionen, die gar nicht teuer sind. Dort kann man auch super gut essen. Wenn du möchtest, können wir mal zusammen ins Reisebüro gehen. Sehr gern. Das ist lieb. Sie warten auf den nächsten Film, dann abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Vielen Dank. Vielen Dank.